Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 178 vom 28. Februar 2020 und an den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Ulf Buemeier, das bin ich und mir gegenüber Philipp Banse, ganz herzlich willkommen zur Lage, wir haben einen kurzen Hinweis gleich zu Beginn, ihr könnt euch das im Kalender schon mal eintragen, 18. April, da sind wir zu Gast auf Kampnagel, wie man das so sagt, in Hamburg und in der Lage live. Ganz genau, es ist ein sehr schöner Live-Veranstaltungsort, da ist so ein Europa-Fest und wir sind da zu Gast mit einer Lage-Live-Show, die Tickets kommen bald in den Vorverkauf, aber wenn ihr Lust habt, tragt euch den 18. April schon mal ein, ich denke 20 Uhr oder so wird es losgehen und bei der Gelegenheit wollten wir euch auch mal erzählen, was eigentlich los ist, wenn wir im Urlaub sind. Philipp und ich müssen natürlich auch mal Urlaub machen. Genau, also habt ihr in der letzten Folge gesehen, die ist ausgefallen, die letzte Folge und das wird natürlich in diesem Jahr auch, wir werden auch nochmal in den Urlaub fahren, das Jahr hat 52 Wochen, wir können nicht jede Woche die Lage machen, wir bemühen uns ernsthaft darum und wir haben auch die Sommerpause abgeschafft, also dass es sozusagen eine Pause von mehreren Wochen gibt, wo gar nichts kommt. Das war so in den ersten zwei, drei Jahren, da hatten wir teilweise so acht Folgen, die ausgefallen sind, die alten Lagehasen wissen das noch, das waren richtig harte Zeiten und das wollen wir eigentlich nicht mehr, aber auf der anderen Seite können wir eben auch nicht jede Woche eine Lage aufnehmen, wir sind auch mal im Dschungel, wir sind mal auf dem Segelboot, also das wird nicht immer funktionieren. Und aus diesen Gründen haben wir uns jetzt überlegt und auch nach dem sehr, sehr positiven Feedback aus dem letzten Herbst, dass wir versuchen wollen, solche Urlaubspausen mit Interviewlagen zu füllen, das heißt, wir suchen immer so nach Menschen, die wir spannend finden, mit denen wir uns mal so eine grobe Stunde unterhalten können und diese Folgen versuchen wir dann eben in den Urlaubspausen einzuspielen. Genau, so, dass halt maximal in dem Urlaub eine Woche ausfällt, aber dass das jetzt nicht so eine Riesenpause ist, aber nur, dass ihr mal wisst, wir kündigen das natürlich auch immer an und so, aber das ist so unsere Policy, mit der wir das jetzt mal versuchen, durchs Jahr zu lenken. Ganz genau und das Thema der Woche ist natürlich die drohende Pandemie durch ein Virus aus der Corona-Viren-Gruppe, aber bevor wir dazu Näheres mitteilen, haben wir noch eine kleine Unterbrechung. Werbung Ökostrom zu beziehen ist heute ja eigentlich der einfachste auf jeden Fall und sicherlich auch mit einer der wichtigsten Beiträge für den Klimaschutz, den jeder von euch und jede von euch leisten kann. Mehr Ökostrom senkt nämlich nicht nur den CO2-Ausstoß der Kraftwerke in Deutschland, sondern kann auch für emissionsfreie Elektromobilität und Wärme genutzt werden. Entscheidend dafür ist allerdings, dass der Ökostromanteil in Deutschland weiter wächst, also weitere Solaranlagen und Windenergieanlagen gebaut werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Ökostromanbietern wird das beim Energiewende-Pionier Naturstrom garantiert. Dort bekommt ihr nicht nur echten Ökostrom aus Deutschland, sondern mit jeder verbrauchten Kilowattstunde fließt außerdem noch ein fester Förderbetrag in den Bau neuer Windräder und Solarparks. Das Unternehmen setzt sich zudem politisch für bessere Bedingungen beim erneuerbaren Ausbau ein. Denn als Kunde von Naturstrom sorgt ihr somit also dafür, dass Kohlekraftwerke aus dem Strommarkt gedrängt werden und dass mehr Klimaschutz passiert. Und wenn ihr jetzt zu Naturstrom wechselt, also jetzt, dann passieren drei tolle Sachen auf einmal. Erstens, das Klima sagt danke. Zweitens, ihr bekommt 30 Euro Startguthaben, wenn ihr zu Naturstrom wechselt. Und drittens, die Lage bekommt auch nochmal 20 Euro überwiesen. Also geht jetzt einfach zu naturstrom.de schrägstrich Lage. Könnt ihr eigentlich jetzt direkt machen, während ihr die Lage hört. Naturstrom.de schrägstrich Lage kann echt nichts schief gehen. Und so bringt ihr mit eurem Stromvertrag aktiv die Energiewende voran. Werbung. Da sind wir wieder und kommen wie versprochen zum Thema Covid-19 schrägstrich SARS-CoV-2. Nein, Philipp, das klingt erstmal wahnsinnig kompliziert. Ich glaube, wenn man das Stichwort Corona fallen lässt, dann wissen die Menschen deutlich besser, was gemeint ist. Aber diese Bezeichnung ist zugleich nicht so ganz präzise. Ne, genau. Also wir haben jetzt zwei Namen, die eingeführt werden. SARS-CoV-2 oder CoV-2 heißt das. SARS-CoV-2, das ist der Name des Virus, um das es geht. Und dann gibt es Covid-19. Das ist die Krankheit, die dieses Virus verursachen kann. Und der heißt Corona Virus Disease 2019. Ein recht prosaischer Name. Ja, also du hast gesagt Pandemie. Pandemie heißt ja eigentlich eine Krankheit, die sich über Länder und Kontinente hinweg verbreitet. Und davon muss man mittlerweile eigentlich ausgehen. Ja, ganz genau. Also WHO hat es noch nicht offiziell gesagt, glaube ich. Aber die Fakten, denke ich, sprechen für sich. Ja, das ist wohl wahrscheinlich nicht mehr ganz zu vermeiden. Das liegt auch so ein bisschen an den Eigenschaften dieser Coronaviren. Vielleicht noch, um das als dritten Begriff noch so ein bisschen abzugrenzen. Also Coronaviren ist einfach eine ganze Gruppe von Viren. So wie man vielleicht von Säugetieren reden kann, so gibt es eben eine Gruppe von Viren. Diese Coronaviren, das ist nicht ein ganz bestimmtes Virus, sondern zum Beispiel ganz viele Schnupfenviren. Und einfache Erkältungsviren sind auch in dieser Gruppe drin. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, ist die Verbreitung eben, so jedenfalls zeichnet sich ab, ähnlich wie bei einer ganz normalen Erkältungskrankheit. Das heißt also, man weiß nicht so ganz richtig, woher man das eigentlich hat. Und dafür sprechen auch die Zahlen. Also wir haben weltweit inzwischen etwa 82.000 bekannte Infektionen. Natürlich gibt es wie immer eine Dunkelziffer. Das King's College aus London vermutet sogar, dass zwei Drittel der Fälle bisher nicht entdeckt werden. Das liegt unter anderem auch daran, dass ganz viele Infektionen sehr leicht verlaufen. Also man schätzt, dass etwa 80 Prozent sich eben tatsächlich nur anfühlen wie eine Erkältungskrankheit. Und wer weiß schon, mit welchem Coronavirus genau er sich dann eigentlich angesteckt hat. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch dramatische Verläufe, Philipp. Genau, es gibt Todesfälle vor allen Dingen, knapp 3000 mittlerweile, bis auf 60 alle in China. Aber in 47 Ländern eben, das ist mit das Entscheidende, dass sich das also wirklich um die Erde verbreitet. Wir haben jetzt Norditalien als Risikogebiet. Da gibt es mindestens zehn, wahrscheinlich mehr Todesfälle, über 300 Ansteckungsfälle. Ganze Dörfer sind abgeriegelt und Italien ist wohl mittlerweile der Herd für das Coronavirus in Deutschland. Oder in Europa. In Europa, Entschuldigung. Und wir haben es jetzt eben auch in Deutschland, mindestens 32 wird ja auch immer ein bisschen mehr Fälle. Jetzt auch seit heute Nacht, glaube ich, oder seit gestern Hamburg, Hessen, NRW sind dazugekommen. Bayern hatten wir ja schon, Baden-Württemberg. Also in Heinsberg, im Kreis Heinsberg stehen tausend Leute unter häuslicher Quarantäne. Heißt also, sollen das Haus nicht verlassen, sollen ihre Wohnung nicht verlassen. Also das Virus hat jetzt wirklich auch Deutschland erreicht und verbreitet sich in Deutschland. Und das war auch Anlass für Gesundheitsminister Jens Spahn, Eingang hochzuschalten. Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland. Die neuen Fälle in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sind dafür ein weiteres Zeichen. Die Infektionsketten sind teilweise, und das ist die neue Qualität, nicht nachzuvollziehen. Es gibt eine Vielzahl von Personen, die mit den Erkrankten Kontakt hatten. Und das ist eben ein qualitativer Unterschied zu den bisherigen 16 Infektionen, die wir in Deutschland hatten, wo jeweils tatsächlich eine Kette und Verbindung ja auch mit dem Ausbruchsgeschehen in China hergestellt werden konnte. Vor diesem Hintergrund ist es fraglich, ob unsere bisherige Strategie, das Virus einzugrenzen und Infektionsketten zu beenden, auch weiterhin aufgeht. Also was Spahn anspricht, ist dieses Containment, dieses Stamp-out-Strategie. Also du hast einen Kranken und versuchst zu rekonstruieren, wo hat er sich angesteckt, die eine Person zu finden und dann zu verhindern, dass die weitere Person ansteckt, möglichst schnell. Aber das gelingt eben immer weniger. Ja, das muss man sehen. Das bricht gerade zusammen in Bayern und Baden-Württemberg. Funktioniert das Containment noch? Aber schon in Hamburg haben wir ja eben Fälle, wo der Infektionsweg unklar ist. Und dann gerät so eine Containment-Strategie an ihre Grenzen. Das liegt eben zum Teil auch in den Eigenschaften dieser Erkrankung begründet, dass sie bei etwa vier von fünf Menschen, die sich infizieren, extrem leicht verläuft. Sodass man noch nicht mal so richtig weiß, dass man krank ist, geschweige denn, dass man gerade ausgerechnet Covid-19 sich eingefangen hat. Oder das Virus, das Covid-19 auslöst, sich eingefangen hat. Und dann ist es mit dem Containment schwierig. Philipp, aber wie gefährlich ist denn die Krankheit jetzt wirklich? Wir haben bislang immer so diese Zahlen der WHO zitiert. Ist das denn belastbar schon? Ja, also es gibt unterschiedliche Angaben. Die New York Times spricht, glaube ich, von zwei Prozent Todesrate. Es gibt andere. Die Bundesregierung sagt unter zwei Prozent, wahrscheinlich ein bisschen weniger. Das hängt immer davon ab, wie misst du? Wie ist deine Datenbasis? Das ist alles zum Teil noch unklar und basiert auf älteren Schätzungen. Ich glaube aber, man kann irgendwie schon von so einer Größenordnung eins bis zwei Prozent derjenigen, die erkranken, sterben, halt ausgehen. Das sind vor allem Männer, vor allem ältere Menschen. Vor allem mit Vorerkrankungen heißt aber nicht, dass es nur die sind, sondern auch Menschen 30, 40 sind schon gestorben. Die New York Times berichtet von einem, glaube ich, 34-jährigen Wissenschaftler, der daran verstorben ist. Der Arzt, der das Ding in China entdeckt hat und Alarm schlagen wollte, der ist ja auch tot, der war auch irgendwie sowas in der Altersklasse. Also vor allen Dingen sterben halt auch Leute, die in Krankenhäusern schon behandelt werden. Also wie gesagt, es gibt Risikofaktoren, die erhöhen das Risiko, daran zu sterben. Alter, bestimmte Vorerkrankungen, Diabetes, Asthma, solche Sachen. Männlich sein ist auch ein Problem. Männlich sein, ja, wobei männlich sein wieder so eine Nummer ist. In China sind es vor allen Dingen Männer, die daran sterben. Das kann aber verschiedene Gründe haben. Rauchen tun in China vor allen Dingen Männer. Rauchen ist natürlich schlecht für die Lunge. Wenn du dann auch noch diesen Virus kriegst, der auch noch eine Lungenentzündung hervorruft, dann ist das natürlich alles ein erhöhtes Risiko. Also denke ich, das skizziert aber so ungefähr, wer in diese Risikogruppe reinfällt. Die Frage ist natürlich jetzt, also wie tödlich ist es? SARS und MERS waren viel tödlicher. Da sind viel mehr Menschen, von denen die erkrankt sind, auch gestorben. Aber Covid-19 ist eben vor allen Dingen ansteckend. Also das heißt, es werden viel mehr Leute angesteckt als bei SARS und MERS. Und wie ansteckend das ist, da gibt es jetzt auch wieder verschiedene, Zahlen, also bei der Grippe sind es ungefähr 0,1 bis 0,2 Prozent, die erkranken. Hier ist es glaube ich… Jetzt bist du wieder bei der Tödlichkeit, nicht beim Anstecken. Ach so, bei der Tödlichkeit, Entschuldigung, genau. Bei der Tödlichkeit, also es ist wohl tödlicher als die Grippe, aber es ist vor allen Dingen ansteckender. Und es wird halt übertragen durch Niesen und Husten, also durch Tröpfchen. Aber auch durch Schmierinfektion, ne? Ja, das heißt ja jetzt immer Kontaktinfektion. Also Schmierinfektion ist wohl so ein alter Begriff, meint dasselbe, ne? Also dass du halt nicht per Tröpfchen das inhalierst, sondern das irgendwo auf einer Türklinke, auf einem Geldschein lebt. Und das kann es wohl theoretisch dort überleben. Bist du vier Tage angeblich? Ja, angeblich, aber also das sind eher theoretische Werte. Ich glaube, der entscheidende Ansteckungsweg, so wie man das jetzt weiß, ist Niesen, sind Tröpfchen. Und deswegen Hände waschen, in die Jacke niesen, ins T-Shirt niesen. Ja, Türklinken möglicherweise auch einfach mal gar nicht anfassen. Man kann ja zum Beispiel auch einfach nicht richtig dranpatschen, sondern man kann ja auch mit der Außenfläche der Hand die Türklinke runterdrücken. Das ist so ein ganz banaler Trick, mache ich seit vielen Jahren. Und ich würde mal sagen, ich habe relativ wenig im Winter. Aber gut, ob das noch zusammenhängt, da werden jetzt einige Mediziner natürlich auch sagen, naja, das ist jetzt auch irgendwie Küchenpsychologie. I don't know. Aber Hände waschen ist doch zum Beispiel auch nicht so einfach. Wir haben ein Video verlinkt von so einer, ging bei Twitter rum, von so einer Frau, die zeigt mit Farbe, wie man sich die Hände wäscht und wo dann die Farbe auf den Händen überall bleibt. Und man stellt fest, wenn man das einfach nur mal so macht, sind viele Flächen der Hände tatsächlich nicht mit Farbe bedeckt, sondern man muss da schon ziemliche Gymnastik machen, irgendwie die Finger von oben dazwischen schieben und den Daumen extra putzen. Also damit das wirklich gewaschen ist, so eine Hand, da muss man schon ein bisschen was machen. Dennoch sagt das RKI, also Robert-Koch-Institut, das ist die Bundesbehörde in Deutschland, die solche Krankheiten vermisst, analysiert und alle möglichen Behörden und Ministerien und auch Menschen und Ärzte berät. Die sagen, Zitat in ihrem aktuellen Einschätzungs-Bulletan, Zitat, die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung wird in Deutschland aktuell als gering bis mäßig eingeschätzt. Für eine abschließende Beurteilung der Schwere der neuen Atemwegserkrankung liegen gegenwärtig nicht genügend Daten vor. Es ist zum Teil tödlich, aber oft gibt es eben auch einen leichten Verlauf. Die bayerischen Patienten zum Beispiel, mit denen es hier angefangen hat, davon sind viele schon wieder entlassen. Und was die Ansteckung angeht, sagt Christian Drosten hier von der Charité, der mir auch mitgeholfen hat, diesen ersten Test zu entwickeln. Virologe, Zitat, es sieht so aus, als wäre es doch so übertragbar wie eine Erkältungskrankheit. Es ist wie bei einer normalen Erkältung. Man weiß nicht, wo man sich angesteckt hat. Mit anderen Worten, zu der Krankheit kann man so ein paar Dinge schon sagen. Es ist aber eben für eine abschließende Einschätzung doch letztlich noch zu früh. Philipp, deswegen... Ganz kurz, da gibt es einen interessanten Podcast beim NDR, den habe ich mir jetzt angehört. Das ist relativ neu, das Coronavirus-Update mit Christian Drosten. Das ist eben besagter Virologe. Könnt ihr euch abonnieren? Da redet der jeden Tag eine halbe Stunde zum Thema. Das ist ganz interessant. Also wie gesagt, zu der Krankheit selber kann man noch nichts Abschließendes sagen. Deswegen vielleicht viel spannender. Wie gut ist denn jetzt eigentlich das deutsche Gesundheitssystem vorbereitet? Philipp, du hast dir das mal so ein bisschen angeschaut. Ja, also ich, also es ist natürlich total schwer zu sagen, weil es natürlich extrem davon abhängt, wie viele Leute werden denn jetzt erkranken? Also mit zehn Erkrankten wird das Gesundheitssystem fertig werden, mit zehn Millionen nicht. Mit zehn Millionen nicht. Wundert auch nicht, weil kein System sich auf den Extremstfall aller Extremstfälle vorbereiten kann. Irgendwann sind die Ressourcen einfach ausgeschöpft. Die Frage, wann ist das? Das weiß, glaube ich, niemand wirklich. Nicht, sondern das System wird sicherlich wahrscheinlich vor einem Test stehen. So viel, glaube ich, kann man sagen. Einige sagen, ja, die Krankenhäuser, das können wir auch gleich sagen. Jedenfalls, also wie viel, hängt davon ab, wie viel werden erkranken, wie viel erkranken werden, wie viel schwer erkranken werden. Wir wissen es nicht. Klar ist halt nur, es wird einen Test, einen Belastungstest geben. Und ich habe beim Lesen drei Knackpunkte gesehen. So, zum einen haben wir die Krankenhäuser. Das gibt natürlich Isolierstationen. Also das sind so diese Ebola-Nummern mit Unterdruck und allem Pipapo. Davon gibt es irgendwie unter 60 Plätze in Deutschland. Die braucht man aber für die Fälle, die man so kennt, bisher nicht. Ja, es wurde viel eingespart an den Kliniken. Aber Helios, ein großer Krankenhauskonzern, sagt, ja, wir haben zwar Kapazitäten, aber momentan sind die alle von der Grippe ausgelastet. Und das Argument ist immer, ja, wir können ja Betten freimachen. So, wenn Fälle kommen und wir haben keine Betten mehr, dann müssen halt irgendwelche OPs, die nicht zeitkritisch sind, verschoben werden. Die Frage ist, in welchem Umfang geht das? Ist schwer zu sagen. Ja, und das ist natürlich auch wieder so ein Problem mit unserer Gesundheitsreform der letzten Jahre, wo es ja immer über allem stand, wir müssen Kapazitäten abbauen angeblich. Angeblich gab es ja immer Überkapazitäten. Also jedes nicht gefüllte Bett wurde als Problem angesehen. Und wenn man natürlich ein Gesundheitssystem, der auf Kante näht, dass also möglichst über 90 bis 100 Prozent Auslastung sind, dann sind eben in Ausnahmesituationen dann schnell mal die Kapazitäten erschöpft. Und insofern zeigt sich wieder, dass diese neoliberale Agenda in der Gesundheitspolitik einfach letzten Endes im Extremfall auch tödlich sein kann. Keine gute Idee. Das müssen wir mal sehen. Ich habe unterwegs noch ein System gefunden, was ich ganz interessant fand. Das nennt sich Iwena. Das ist irgendwie so ein System offensichtlich, mit dem Krankenhäuser ihre Kapazitäten in Echtheit ins Netz stellen. Also haben wir auch verlinkt, da sind unter Referenzen einige Bundesländer wie Bremen und Niedersachsen einsehbar, wo halt die Krankenhäuser aufgelistet sind mit ihren einzelnen Stationen. Und in Echtzeit angeblich dort drinsteht, sind die voll rot oder gibt es noch Plätze grün? Das fand ich ganz interessant. Kann man sich mal einen Überblick verschaffen. Der zweite Knackpunkt sind die Bezirksämter. Also so heißen die in Berlin. In Berlin sind die Bezirksämter quasi so ... Nicht Bezirksämter, Gesundheitsämter. Genau, also die Gesundheitsämter, das sind in Berlin Stellen von den Bezirksämtern, also quasi auf kommunaler Ebene. Aber die gibt es natürlich auch in allen anderen Städten und Gemeinden in Deutschland. Irgendwo gibt es immer ein Gesundheitsamt. Und die haben eben eine zentrale Funktion auch bei der Bekämpfung von Seuchen. Genau, die müssen, also denen werden Fälle gemeldet. Die müssen im Zweifel entscheiden, was passiert mit diesen Fällen. Werden die unter häusliche Quarantäne gestellt? Sollen die also das Haus nicht verlassen? Müssen man die eventuell zwingen? Das ist nach dem Gesetz auch möglich, dass die Polizei dann hilft, diese Leute da unter Quarantäne zu stellen. Die müssen auch über eventuelle andere Maßnahmen entscheiden. Also denen kommt, was die Koordination so einer Epidemie oder Pandemie vor Ort angeht, eine große Aufgabe zu. Aber natürlich gibt es diese Klagen, dass diese Ämter bundesweit unterbesetzt sind oder zumindest Stellen da sind, für die keine Leute entweder eingestellt werden oder nicht gefunden werden. Ja, das ist eben das große Problem im öffentlichen Dienst. Natürlich sind Stellen auch ganz gestrichen worden. Aber selbst die Stellen, die es immer noch gibt, können häufig nicht besetzt werden. Einfach weil die Gehaltsstrukturen im öffentlichen Dienst so sind, dass es für Medizinerinnen und Mediziner nicht so wahnsinnig attraktiv ist, da überhaupt zu arbeiten. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem, mit dem jedenfalls die Behörden in Berlin schon lange kämpfen. Wir haben jetzt keine bundesweite Übersicht, Philipp. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht nur ein Berliner Phänomen. Nein, ich glaube nicht, dass es nur ein Berliner Phänomen ist. Jetzt muss man sagen, diese Infektionsbekämpfung, das ist Ländersache und das machen die Länder auch unterschiedlich. Aber ich glaube, diese Faktoren, Krankenhäuser und Gesundheitsämter, das ist ein Problem, was unterschiedlich sicherlich, aber doch in allen Ländern existiert. Um jetzt aber neue Ärzte und Ärztinnen einzustellen für die Krankenhäuser oder neue Stationen hochzuziehen, dafür dürfte es jetzt, glaube ich, zu spät sein. Und da kommen wir zum dritten Punkt, oder? Ja, genau, also zumindest könnte man sich ja mal Gedanken machen über eine sinnvolle Information der Bevölkerung. Gerade eben in solchen, sagen wir mal, unklaren Gefahrensituationen ist es einfach sehr wichtig, dass die Menschen professionell darüber aufgeklärt werden, was denn jetzt eigentlich Phase ist, was zum Beispiel wirklich gefährlich ist, was nicht gefährlich ist, wie man sich vor Infektionen schützen kann. Sagen übrigens alle, also das sagt der Drosten, das sagen die Virologen, das sagt der Minister. Aufklärung, Information, super wichtig. Keine, um Panik zu vermeiden, um auch das Gefühl von Kontrolle und geordnetem Vorgehen zu vermeiden, mega zentral. Nee, zu erreichen. Zu erreichen, genau. Mega zentral, gerade in so einer Phase, wo es jetzt losgeht, wo die Leute viele Fragen haben. Aber natürlich immer mehr, je mehr Fälle auftauchen, je mehr Leute irgendjemanden kennen, der oder die infiziert ist. Also da ist es super wichtig, dass die Informationskanäle funktionieren. Und ich glaube, da ist echt Luft nach oben. Ja, das sieht so aus, Philipp. Du hast ja so ein paar Beispiele gesammelt von Menschen, die, sagen wir mal, einen sehr nachvollziehbaren Informationsbedarf hatten, aber diesen nicht recht stehlen konnten. Richtig, genau. Also da ging zuerst rum, dieser Fall des Kameramanns, den der RBB interviewt hat oder geschildert hat, der halt aus Norditalien zurückkam und versucht hat, sich testen zu lassen, allein auf Schutz schon für Kollegen und Familien. Und der hat sich wohl von Pontius zu Pilatus telefoniert und hat nie wirklich Auskunft gekriegt. Und schon gar nicht wurde er getestet. Und ich habe dann gedacht, na gut, ist das vielleicht der Einzige, hat mal auf Twitter rumgefragt. Und dann hat sich halt eine Frau tatsächlich gemeldet, die ihren Namen nicht veröffentlicht haben will, aber die ist halt Erzieherin in Berlin. Ich habe gerade Putzgummihandschuhe an und einen Mundschutz. Den hat mir mein Mitbewohner gestern aus der Apotheke mitgebracht. Also ich war nicht direkt bei der, sondern ich habe nur mit der telefoniert. Die war halt am Sonntag aus Norditalien gekommen. Und ich habe sie dann gefragt, ja, warum hast du denn Angst? Und sie sagt, na ja, sie hätte erfahren, dass sie am Samstag mit einer Frau eine Pizza gegessen hat, die in der Woche zuvor in einem Krankenhaus bei ihrem Opa war, in dem auch Corona-Patienten behandelt worden waren. Okay, das ist jetzt nicht Kontakt mit einem Infizierten. Aber so ist das halt. Die Leute machen sich Gedanken und wollen wissen, bin ich nun krank oder nicht? Und dann hat sie halt, wollten sie sich testen lassen. Und hat telefoniert und telefoniert. Sie hat beim Robert-Koch-Institut angerufen. Die hatten keine Hotline. Dann hat sie die Hotline des Berliner Senats angerufen, die eingerichtet wurde. Da war besetzt, da ist sie nicht durchgekommen. Dann hat sie die 116-117 angerufen. Das ist die Info-Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung, die eigentlich auch abklären müssen, ob jemand akut behandlungsbedürftig ist. Da hat sie irgendwie auch nicht eine richtige Nummer gekriegt, bis sie dann irgendwann beim Gesundheitsamt gelandet ist. Die haben ja gesagt, ich soll auf jeden Fall mich beim Gesundheitsamt melden. Das habe ich getan. Die haben aber gesagt, ich soll mich beim Gesundheitsamt von der Arbeit melden. Die haben mich dann wiederum weitergeschickt. Und es war eigentlich total egal, ob ich jetzt irgendwie Anliegen habe mit Corona oder nicht. Einfach nur, nee, habe ich nichts mit zu tun. Tschüss. Ja, das klingt ja erst mal so ein bisschen wie Berliner Verwaltungschaos. Man telefoniert sich von A nach B. Also in Berlin ist ja der typische Fall, man ruft beim Bezirksamt an. Und da wird gesagt, nee, 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 wir nicht. Da ist der Senat zuständig, also die Landesebene. Und dann rufst du beim Senat an und sagen, nee, nee, Bezirksamt. Das ist so der typische Ping-Pong-Fall in Berlin. Aber Philipp, das scheint ja auch in anderen Regionen Deutschlands nicht so ganz smooth zu laufen. Ja, ich habe dann mit Daniela Hubloher telefoniert. Die ist bei der Verbraucherzentrale Hessen zuständig für so medizinische Fragen, ist selber auch Ärztin. Und wir haben uns dann so ein bisschen ausgetauscht. Und ich habe ihr so ein bisschen erzählt, was ich so rausgefunden habe. Und sie sagt, ja, ja, sie hätte auch beim Gesundheitsamt in Hessen angerufen. Und da wäre sie auch nicht durchgekommen. Und dann war halt auch der Punkt, das RKI, das Robert-Koch-Institut, ist ja eine Bundesbehörde. Die sitzt in Berlin, ist aber eine Bundesbehörde. Hat auch eine Website. Hat auch eine Website, rki.de. Und die war down. Also die war jetzt zum Teil gar nicht zu erreichen. Zum Teil im Normalfall hat das dann aber irgendwie eine Minute gedauert, bis da mal irgendwas aufgetaucht ist. Und das ist die Anlaufstelle des Bundes. Für Ärzte, Behörden, Bürger. Ich habe mit meiner Hausärztin telefoniert. Wo informiert die sich? Natürlich auf der Webseite des RKI. Da sind Flussdiagramme für Ärzte veröffentlicht. Was genau ist zu tun? In welchem Fall? Welche Diagnose ist gestellt? Wo stationär, wo häuslich? Das steht da alles. Sie sagt, das ist total hilfreich. Aber wenn man da halt die Seite nicht öffnen kann, dann ist es irgendwie schwierig. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Wir haben es jetzt gerade noch mal während der Sendung getestet. Da muss man sagen, ging das relativ fix. So eine Sekunde, zwei Sekunden. Das ist völlig okay. Das ist völlig in Ordnung. Also es sieht so aus, als wenn das Robert-Koch-Institut da was gemacht hätte an seiner Infrastruktur. Sodass die Seite jetzt vernünftig aufzurufen ist. Aber unser Punkt war ja eigentlich nur, Gesundheitsämter aufbauen ist nicht so ganz einfach zu haben. Wenn die unbesetzte Stellen haben, das kann einen natürlich nicht ruhig schlafen lassen. Aber das wird man jetzt nicht über Nacht beenden können oder ändern können oder verbessern können. Aber zumindest funktionierende Informationen sollte man ins Netz stellen. Das ist aus meiner Sicht jetzt das absolute Minimum der Pandemiebekämpfung, dass die entscheidenden Stellen des Bundes und der Länder einfach erreichbare Anlaufstellen haben. Websites und Telefon-Hotlines. Also das sollte das Minimum sein. Und da kann man wirklich nur an jeden Verantwortlichen oder jede Verantwortliche in einer solchen Behörde appellieren. Leute, checkt mal, sind eure Informationen aktuell. Setzt wenigstens einen Link aufs RKI. Dann können sich die Leute ja schlau machen. Ja, und der Punkt ist ja auch, wenn dieser Erstkontakt mit dem System der Leute so ist wie bei dieser Frau, die ist ja nicht infiziert und wahrscheinlich ist sie auch nicht krank. Ich habe nochmal mit ihr gesprochen. Sie hatte ja auch nicht direkt Kontakt zu denen. Aber wenn hier mehr Leute krank werden, dann wird es immer mehr Leute geben, die sagen, was ist denn nun los? Und die werden da anrufen. Und wenn dann schon bei den geringsten Ansturmen oder bei der geringsten Nachfrage die Webseite down ist, dann ist das schlecht. Ich habe beim RKI auch mal nachgefragt, was ist denn nun? Und da haben die gesagt, die Zahl der Webseitenaufrufe war gestern bei vielen Behörden massiv gestiegen und hat zeitweise zum Shutdown geführt. Nicht nur auf unseren Seiten, sondern auch auf anderen behördlichen Seiten, die beim ITZ-Bund gehostet werden. Also so im Rechenzentrum des Bundes. Und das, obwohl im Vorfeld entsprechende Zugriffskapazitäten aufgestockt worden waren. Das Problem war gestern im Laufe des späteren Nachmittags frühen Abends behoben. Im Moment werden die Details noch untersucht. Natürlich war das für uns und die Nutzer sehr ärgerlich. Und ITZ-Bund setzt alles daran, dass sowas nicht noch mal vorkommt. Wir und die Kollegen aus dem Lagezentrum haben aber allen aus der Öffentlichkeit, die angerufen oder Mails geschickt haben, die Dokumente, die gewünscht waren, sofort per Mail zur Verfügung gestellt. Auch Ihnen und vielen weiteren Journalisten. Das stimmt. Aber trotzdem ist es komisch. Also offensichtlich haben sie jetzt ein bisschen nachgerüstet. Aber sowas darf natürlich, finde ich, nicht passieren. Dann noch mal zurück zu unserer Frau. Also die hat also dann letztlich, das ist nämlich der zweite Punkt, sie hat dann letztlich eine Ärztin erreicht. Und die musste sich auch erst einlesen. Und das Ergebnis war aber, sie hat keinen Test gemacht. Und hat gehört, bleib zu Hause, melde dich, wenn Symptome auftauchen. Und da muss man sagen, das ist korrekt. Laut dieser Richtlinie vom RKI wird nur getestet, wenn Symptome da sind. Die können mild sein, nicht viel. Ja, aber nur Symptome. Und du musst in einer Krisenregion gewesen sein, Symptome. Und du musst einen Kontakt zu einem Infizierten gehabt haben. Oder wenn du das nicht hattest, musst du irgendeine andere schwere Krankheit haben, die unklar ist. Und dann wirst du getestet. Ja, da muss man natürlich sagen, das ist eine extrem restriktive Linie des RKI. Da werden ja also sehr viele Leute, bei denen das jetzt nicht völlig abwegig wäre, mal zu schauen, haben die denn jetzt dieses Virus sich eingefangen, ja oder nein, werden da ja ungetestet bleiben, Philipp. Also für die Erzieherin war das jetzt nicht so richtig plausibel. Ich kann einfach nicht verstehen, warum Leute nicht getestet werden. Vor allem hier in Berlin. Also naja. Und da ist die Frage, warum keine Symptome? Das habe ich mich wirklich gefragt. Warum, wenn die Leute einen Test haben wollen, warum werden die nicht getestet? Also ich habe das auch die Hublower gefragt vom Verbraucherzentrale Hessen. Und sie sagt auch, wenn die Leute aus dem Risikogebiet kommen, dann sollen sie halt getestet werden. Und das RKI, das Robert-Koch-Institut, sagt auf die Frage, warum nur mit Symptomen? Das RKI empfiehlt den Test bei symptomlosen Personen deshalb nicht, weil sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass ein negatives Testergebnis die Betroffenen in falscher Sicherheit wiegen könnte. In der Vergangenheit hat es Fälle gegeben, da waren die Betroffenen symptomlos über mehrere Testergebnisse zunächst negativ und später, als sich Symptome zeigten, dann doch positiv. Jetzt ist es aber auch so, dass es sich um Empfehlungen handelt und die verschiedenen Bundesländer das vor Ort auch unterschiedlich handhaben. Bei den Menschen, die aus Wuhan repatriiert wurden, Also zurück nach Deutschland geholt? Zurück nach Deutschland, haben die Länder sicherheitshalber alle getestet. Ob symptomlose Menschen wirklich andere anstecken können, ist auch noch nicht zweifelsfrei bewiesen. Das mag in einzelnen Fällen möglich sein, aber die Übertragungen finden unserer Erkenntnis nach doch überwiegend dann statt, wenn die Betroffenen auch Symptome zeigen und entsprechend husten oder niesen. Also muss man natürlich ganz ehrlich sagen, das Robert-Koch-Institut hat sich da schon Gedanken gemacht. Das ist jetzt nicht irgendeine planlose Empfehlung oder schlimmer noch einfach nur eine Sparmaßnahme, möglichst wenig testen. Das kann man wirklich nicht sagen. Die haben sich da schon Gedanken gemacht. Denn natürlich entstehen auch Risiken für besonders sorgloses Verhalten, wenn man Menschen in Sicherheit wiegt und die vielleicht doch infiziert sind. Insofern klingt das jetzt erst mal schon ganz plausibel. Aber Philipp, ich denke, das ist nur ein weiterer Beleg dafür, dass einfach die Informationen fließen müssen. Die Leute müssen informiert werden. Wenn man eine gute Begründung dafür hat, wieso eben nur eine bestimmte Gruppe getestet werden soll und nicht alle, die sich Sorgen machen, dann ist das ja okay. Man muss es den Leuten halt einfach nur sagen. Und es gibt noch, denke ich, einen weiteren wichtigen Punkt, finde ich, den man bei der Bekämpfung dieser Pandemie in den Blick nehmen soll. Das sind nämlich die Zehntausenden von quasi fast schon öffentlich geförderten Virenbrotstätten, aka Wartezimmer. Also das denke ich so oft, ist das die eigentliche Gefahr denn nicht, wenn jetzt die Leute alle schön zum Hausarzt rennen und da zwei Stunden im Wartezimmer sitzen und sich alle gegenseitig anstecken. Ich meine, schneller kann man doch so eine Erkrankung kaum verbreiten. Ja, deswegen ist ja auch der dringende Rat an alle, und das ist wirklich auch ernst gemeint und das macht auch Sinn, latscht auf keinen Fall einfach zum Arzt oder ins Krankenhaus und sagt, ich habe Corona. Oder ich mache mir Sorgen. Sondern ruft an. Ja, und lasst euch erstmal beraten. Ruft an und lasst euch beraten. Beim Hausarzt, bei der Hausärztin oder bei diesen genannten Hotlines, die euch dann weiter verbinden, hoffentlich. Da erst anrufen mit den Reden, dann absprechen, was zu tun ist. Denn auch das mag auch ein Grund gewesen sein, warum erst so eine restriktive Testpolitik gefahren wurde, die by the way, wenn der Arzt das vorschreibt, von den Krankenhausen bezahlt wird, jetzt der Test. Der Drosten hat in dem Podcast vom NDR auch gesagt, dass es eine Weile gedauert hat, bis wirklich alle Labore in Deutschland diesen Test auch hatten. Ja, also er sagt, Unikliniken hatten den relativ schnell, aber diese Laborketten, zu denen normale Hausärzte, Hausärztin ihre Abstriche schicken, die haben wahrscheinlich erst jetzt in diesen Tagen wirklich alle diesen Test vorrätig. Also wenn dann da auch alle hingelaufen wären, dann wäre womöglich auch Chaos ausgebrochen, weil einfach die Infrastruktur noch nicht so weit war. Aber wie du sagst, das muss man halt kommunizieren. Ja, das muss man kommunizieren. Und generell, glaube ich, das geht jetzt über diesen konkreten Einzelfall weit hinaus, generell muss man mal drüber nachdenken, ob diese Wartezimmersitzerei nicht einfach für die Seuchenbekämpfung oder generell Erkältungsprävention ein Riesenproblem ist. Wir rennen immer alle zum Hausarzt, wenn wir richtig krank sind, weil wir einen gelben Zettel brauchen, diese berühmte Krankschreibung. Aber das ist natürlich blankes Gift. Denn da sitzen wir dann eben zwei Stunden und niesen alle Leute voll und lassen uns von anderen Leuten voll niesen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das muss doch irgendwie schlauer gehen. Also wenn man sich da so umkümmert, dann hat man halt mit seinem Hausarzt ein Deal, pass mal auf, wenn ich krank bin, ich rufe an und komme dann, wenn es mir wieder besser geht und hole mir den gelben Zettel ab. Genau, und der nächste Deal ist dann, du schick mir doch mal die Krankschreibung, hier blanke unterschrieben. Ich mache dann meinen Willi da drauf und trage das Datum ein. Nein, aber so läuft es natürlich nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn man krank ist, sich ins Wartezimmer zu setzen, ist doch der blanke Quatsch. Also insofern, da finde ich, muss man ganz unabhängig von Corona noch mal drüber nachdenken, wie man diese Verbreitung von Erkältungskrankheiten in Wartezimmern oder auch von anderen Krankheiten mal sinnvoll angehen kann. Denn natürlich, da treffen sich die Menschen, die schon was haben und treffen da auf andere Menschen, die auch was haben und entsprechend immungeschwächt sind. Ich sage dir, wie das laufen wird. Ich war neulich hier bei Sophia, so einem Unternehmen, was alte Menschen betreut in ihren Wohnungen und die bauen gerade Sensoren ein in Wohnungen von alten Menschen, die dann in Echtzeit irgendwelche Bewegungsprofile in der Zentrale melden. Und die sagen, oder nicht die, aber Leute, mit denen ich in dem Kontext gesprochen habe, sagen, mittelfristig wird das so sein, dass natürlich die Uhren Informationen über deinen Zustand automatisch, wenn du älter bist, an so eine Zentrale liefern. Und dann ist es auch nicht mehr weit, dass du irgendwo reinniesen musst, wo dann irgendwelche Analysen gefahren werden. Und dann wirst du halt krankgeschrieben, ohne dass du irgendwo hinläufst. Ja, also ich glaube, das war eigentlich der Punkt, den ich, und das leitet natürlich ein bisschen weg von dem konkreten Ausfahren. Aber das war der Punkt, den ich machen wollte. Ich glaube, wir sollten als Gesellschaft mal darüber nachdenken, ob wir nicht einfach bestimmte antiquierte Methoden nach wie vor einsetzen, die die Verbreitung von Krankheiten massiv fördern. Ein weiteres Problem ist Hände geben zur Begrüßung. Also das sollte man wahrscheinlich auch abschaffen. Jedenfalls zwischen Oktober und Februar konsequent vermeiden. Ich vermeide das inzwischen auch. Und klar, im ersten Moment sind die Leute dann so ein bisschen irritiert. Aber ich glaube, da machen die Japaner das irgendwie schlauer. Hände falten und nicken. Und das sagen jetzt ja auch alle, Hände waschen, vernünftig niesen, ja, nicht auf große Veranstaltungen gehen. Das kann natürlich so... Vernünftig niesen, Philipp, erzähl doch mal, was heißt denn das? Ja, also natürlich irgendwie, entweder, natürlich mindestens zwei Meter wegbewegen, in ein Taschentuch niesen und das dann wegschmeißen. Oder wenn man kein Taschentuch hat, dann in den Ellenbogen. Oder in den Ellenbogen oder in die Jacke oder wie auch immer jedenfalls nicht einfach seine Aerosole im Raum verteilen. Oder in die Hand, mit der man dann eben wieder irgendwelche Flächen anfasst. So genau. Und dann, nächster Punkt, deswegen halt nicht permanent mit der Hand in seinen Augen und Mund im Gesicht rumfummeln, weil das natürlich der direkte Weg für die Viren von der Hand in den Körper ist. Das klingt immer so ein bisschen banal. Natürlich wird das so eine Pandemie nicht aufhalten. Aber was die Hoffnung ist, und das ist ja auch die Hoffnung, die sich mit diesen häuslichen Quarantäne-Dingern verbindet, das zumindest runterzubremsen, bis zumindest diese Grippewelle, die gerade die Krankenhäuser nicht lahmlegt, aber belegt und belastet, bis die vorbei ist oder bis man in den Sommer kommt. Wobei man sagen muss, im Sommer mag das Ding vielleicht ein bisschen abklingen, aber wahrscheinlich kommt es im Herbst wieder. Und bis dahin sollten wir dann mindestens gut aufgestellt sein. Also wie das System gerüstet ist, wir können es natürlich nicht sagen. Es wird getestet werden und wir sind gespannt, ob es hält. Zu unserem nächsten Thema, das zugleich ein sehr trauriges Thema ist, das in den allerletzten Tagen schon wieder ein wenig aus dem Fokus geraten ist. Aber wir denken zu Unrecht. Wir müssen noch mal ausführlich sprechen über den Naziterror, der in den vergangenen Tagen Hanau und die Bundesrepublik in Atem gehalten hat. Dieser Anschlag in Hanau wirkt schon wieder ein wenig von gestern. Aber wir finden das Thema nach wie vor wichtig, denn das ist überhaupt nicht vorbei. Dieser konkrete Amoklauf ist sicherlich vorbei. Der Täter oder der mutmaßliche Täter ist tot aufgefunden worden. Aber meine persönliche These wäre, was Naziterror angeht, ist es leider erst nach der Anfang nicht. Es gab ja schon ein paar Vorfälle, aber sicherlich eine Tat, die in einer Serie steht und ganz sicher nicht die letzte Tat. Aber Philipp, bevor wir da tief einsteigen, erst mal zu den Fakten. Ja, 19. Februar, 22 Uhr. Also in und vor zwei Bars in Hanau werden neun Menschen erschossen. Der mutmaßliche Täter wird dann später in seiner Wohnung tot ausgefunden. Außerdem in der Wohnung auch seine Mutter tot. Das heißt mutmaßlich zehn Opfer, elf Tote. Ja, ganz genau. Und diese von diesen Opfern waren fünf deutsche Staatsangehörige. Da ist die Mutter des Täters schon reingerechnet. Zwei waren türkische Staatsangehörige und jeweils einmal bosnisch, bulgarisch und rumänisch. Was mir persönlich aufgefallen ist in der weiteren Diskussion, ist, dass es kaum Bilder und Beschreibungen der Opfer in der öffentlichen Diskussion gab. Die sind quasi namenlose Menschen mit Migrationshintergrund geblieben. Der Täter hat einen Namen. Der wird natürlich überall genannt. Das machen wir jetzt mal bewusst nicht. Die Opfer bleiben anonym. Und das finde ich persönlich ein großes Problem. Und möchte da quasi als Gegenbeispiel, als positives Gegenbeispiel verweisen mal auf den Newsletter des Berliner Maxim-Gorki-Theaters. Die haben so ein Newsletter, in dem es nicht nur ums Theater geht, sondern auch gesellschaftliche Entwicklungen aufgegriffen werden. Und die haben einfach mal die Namen genannt. Say their names. Das ist ja auch auf Twitter häufig so ein Meme. Nennt doch einfach mal die Namen der Opfer und nicht immer nur die Namen der Täter, um denen einfach so ein Stück weit ihre Menschenwürde auch zu erhalten und ihre persönliche Würde wiederzugeben, die der Täter versucht hat, ihnen zu nehmen. Ja, und ich habe mich früher auch immer bei Zeitungsartikeln im Spiegel oder so gewundert. Ich kann mich daran erinnern, nach dem Zug und Glück in Eschede, wo dann minutiös die Schicksale einzelner Menschen rekonstruiert wurden. Ja, mit Namen und Verwandtschaft und wie sind sie an diesen Ort gekommen und so. Und ich habe mich immer gefragt, warum machen die das? Und hier bei solchen Sachen merkst du das dann, weil es darum geht, dass das, weil man allen klar machen muss, das sind Menschen, das sind nicht irgendwelche Figuren. Und schon mal gar keine mathematischen Zahlen. mit dem Migrationshintergrund, sondern da wurden Menschen ermordet. Ja, mit Geschichte, mit Familie, mit allem Pipapo. Und das machen solche journalistischen Erzählungen mit Namen und die sind geboren und, und, und. Das macht das deutlich. Genau, und diesen ganzen Wahnsinn, der darin liegt, Menschen, die überhaupt nichts verbrochen haben, die einfach nur den in Anführungsstrichen Fehler gemacht haben, abends in einer Shisha-Bar zu sitzen, denen einfach das Leben zu nehmen, wie gravierend das eigentlich ist und was für ein nackter Wahnsinn das ist, finde ich, das muss man einfach benennen. Und dazu, denke ich, leistet es einen wesentlichen Beitrag, wenn man die Opfer erkennbar macht in ihrer ganzen Menschlichkeit. Trotzdem müssen wir natürlich auch einen Blick wenden zum Täter. Wir sagen jetzt immer Täter, weil doch sehr, sehr viel dafür spricht und er ohnehin nicht mehr vor Gericht gestellt werden kann, weil er ja eben tot ist. Ein deutscher Staatsangehöriger, Jahrgang 1977, hat ein BWL-Studium absolviert, war aber seit Jahren arbeitslos. Aber er war Sportschütze. Das heißt, er hat legal Waffen besessen, unter anderem die Tatwaffe, eine Pistole des Typs Glock im Kaliber 9x19 Millimeter. Und er hat außerdem ein Pamphlet, also ein Schriftstück hinterlassen und ein Video. Genau, wenige Tage vor der Tat hat er das veröffentlicht, ein Video auf YouTube, das sich an das US-amerikanische Volk richtete. Es gab auch ein Schriftstück mit einer Mischung aus militant-rassistischen und verschwörungstheoretischen Motiven, Erzählungen zusammenkopiert aus dem Internet, Narrative, die wir aus ganz vielen rechtsextremen Kreisen kennen, umfassende Vernichtungsfantasien, Wahnvorstellungen. Er fühlt sich überwacht und verfolgt und die Psychiaterin Nala Saimeh schrieb in der Taz Hinweise auf eine schwere psychotische Erkrankung. Wahrscheinlich schreibt sie eine paranoide, halluzinatorische Schizophrenie, sehr bizarre Wahninhalte und akustische Halluzinationen. Gut, da frage ich mich natürlich immer, wie belastbar sind solche Ferndiagnosen. Also ehrlich gesagt, in diesem Fall ist das sehr belastbar, einfach weil der Mensch ja nicht nur so zwei, drei Zahlen hinterlassen hat, sondern eben so ein ganzes Video und ein längeres Schriftstück, sodass es da quasi eine ziemliche Anknüpfungsgrundlage gibt für das, was die Psychiaterin hier sagt. Aber, und das ist eben so wichtig, der war jetzt nicht einfach nur in Anführungsstrichen verrückt, der hatte nicht einfach nur eine psychotische Erkrankung, sondern hatte außerdem ein relativ geschlossenes, rechtsextremes Weltbild, das insbesondere rassistische, islamfeindliche und antisemitische Züge trug und rief eben zum gewaltsamen Kampf und zur Vernichtung der Bevölkerung ganzer Staaten auf. Und das mischte sich hier wieder und das ist auch so typisch für die Anschläge rechtsextremer Täter, das wies eben auch antifeministische und misogyne, also frauenfeindliche Motive auf. Und diese Elemente hatten eben auch allesamt schon bei vorangegangenen Amokläufen und Attentaten eine Rolle gespielt, zum Beispiel bei diesem Massenmord auf Uethejahr in Skandinavien 2011, in Christchurch und in Halle an der Saale im vergangenen Jahr. Und die Taz, ich meine, die Taz stellt ja die richtige Frage, also birgt die Pathologisierung von Terroranschlägen und den Gewalttätern dahinter nicht die Gefahr, dass Rassismus und Terrorismus verharmlost werden. Und das war ja auch schon die Debatte, so nach dem Motto von der AfD, das war ein Irrer. Genau, und das ist eben genau das Problem. Ja, dieser Mensch konkret hatte jetzt auch noch eine Psychose, ganz offenbar, jedenfalls spricht sehr, sehr vieles dafür. Aber die Psychiaterin weist völlig zu Recht darauf hin, Terror hat erst einmal gar nichts mit Psychiatrie zu tun und Terroristen sind im Regelfall nicht psychisch krank. Diese Täter haben vielleicht eine schwierige Persönlichkeit, aber das sind als solches keine psychischen Erkrankungen. Das heißt also, im Einzelfall haben wir es mit einer psychischen Erkrankung zu tun, aber das ist jetzt quasi nicht das Wesensmerkmal. Terrorismus ist einfach zwar Wahnsinn, ja, im umgangssprachlichen Sinne, aber eben gerade als solches keine psychiatrische Erkrankung, auch wenn es im Einzelfall mal anders ist. Ganz wichtig dazu noch zu sagen, der Umkehrschluss ist natürlich auch alles andere als zulässig. Ja, also die allermeisten Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen sind völlig harmlos und gefährden allenfalls sich selber. Also das ist mir auch ganz wichtig, das nochmal dazu zu sagen. Ich habe natürlich aus der Perspektive des Strafrichters jetzt immer mit den Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen zu tun gehabt, die dann tatsächlich straffällig geworden sind oder jedenfalls andere Menschen verletzt haben, sodass es ein Strafverfahren gab oder im schlimmsten Fall auch andere Menschen getötet haben. Aber im Normalfall sind die eben gerade nicht gefährlich und deswegen muss man da auch, die brauchen zwar hier häufig Hilfe, ja, gerade auch, um quasi ihr Leben zu meistern und um sich nicht selbst zu gefährden oder zu vernachlässigen, aber sie sind in aller Regel eben nicht besonders gefährlich oder überhaupt nicht gefährlich und das ist mir deswegen so wichtig zu sagen, weil natürlich auch Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen häufig mit Diskriminierung zu tun haben, ausgegrenzt werden und das ist natürlich genau falsch. Wer in diesem Bereich Hilfe braucht, der soll ja nicht ausgegrenzt werden, sondern im Gegenteil, der soll sich ja zum Beispiel an den sozialpsychiatrischen Dienst wenden, damit er Hilfe bekommen kann. Also der Generalbundesanwalt hat ja folgerichtig jetzt auch die Ermittlungen an sich gezogen wegen gravierender Indizien für einen rassistischen Hintergrund, also known as Terrorverdacht, also aber was ja auch interessant ist, der Generalbundesanwalt hatte von diesem Mann ja 2019 schon einen Brief bekommen. Also der hatte ja schon an den Generalbundesanwalt geschrieben und es gibt eine Strafanzeige gegen eine unbekannte geheimdienstliche Organisation. Das ist dieser Brief. Da hat dieser Mann bei der Generalbundesanwalt einen Brief geschrieben und wollte Strafanzeige stellen gegen eine unbekannte geheimdienstliche Organisation und da ist natürlich die Frage, hätte die Behörde das wissen müssen? Hätten die handeln müssen? Ja, da gab es jetzt irgendwie so einen extrem alarmistischen Bericht irgendwie von T-Online. T-Online.de ist ja auch so ein Nachrichtenportal und die versuchen jetzt so ein bisschen Investigativjournalismus zu machen, im Grundsatz natürlich wunderbar. Hier allerdings habe ich so ein bisschen das Gefühl, sind sie übers Ziel hinaus geschossen und haben sich ein bisschen zu früh gefreut, dass sie jetzt so den riesen Scoop ausgebuddelt haben. Die haben das so ein bisschen skandalisiert nach dem Motto, ja, der GBA ist schuld, denn die hätten diesen Mann ja eigentlich festnehmen können oder was auch immer. Also das sehe ich ehrlich gesagt anders. Das habe ich auch mal getwittert. Ich fand, da ist T-Online wirklich übers Ziel hinaus geschossen. Ich meine, klar, dieser Brief hat oder enthält auch schon klare Anzeichen für Wahnvorstellungen, muss man sehen. Andererseits sind aber eben die meisten Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht gefährlich. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, jede Behörde in Deutschland bekommt einfach stapelweise Briefe von Irren, muss man so deutlich sagen. Ich habe das selber erlebt, als ich am Bundesverfassungsgericht gearbeitet habe, als ich am Berliner Landesverfassungsgericht gearbeitet habe. Man ahnt das nicht, wie viel Quatsch da so ankommt von Leuten, die ganz viele Probleme haben und die sich eigentlich nicht mit juristischen Mitteln lösen lassen. Man kann nicht bei jedem Brief eines Irren ein Verfahren eröffnen. Dazu sind einfach zu viele Spinner unterwegs. Das muss man so deutlich sagen. Aber, und da wird es natürlich wieder spannend, dieser Mann hatte ja auch noch einen Waffenschein. Und das wiederum fiel beim Generalbundesanwalt offenbar niemandem auf. Und da würde ich zum Beispiel sagen, es müsste wenigstens eine Stelle geben, wo bei Anzeichen auf eine psychotische Erkrankung geprüft wird, ob von diesen Menschen eine Gefahr ausgeht. Und zwar vor allem mal für sich selbst. Also im Einzelfall sind diese Menschen dann auch mal für die Allgemeinheit gefährlich. Aber normalerweise ist es ja eher so, dass sie sich selbst gefährden, weil sie zum Beispiel verwahrlosen, weil sie einfach weglaufen, orientierungslos durch die Gegend laufen und so weiter und so weiter. Und da habe ich dann mal auf Twitter so ein bisschen recherchiert, na, welche Anlaufstellen gibt es denn da eigentlich? Und da ist es wieder so ein spannender Fall von Theorie und Praxis. Also theoretisch sind die sogenannten sozialpsychiatrischen Dienste zuständig. Wenn man da mal so auf der Seite der Berliner Verwaltung schaut, dann findet sich da als Definition sozialpsychiatrischer Dienst bietet Hilfe und Unterstützung für erwachsene Menschen mit einer psychischen Erkrankung, einer Suchterkrankung oder einer geistigen Behinderung. Unklar ist aber, ob die auch helfen können, wenn es darum geht, ein Gefährdungspotenzial abzuklären. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das müsste besser organisiert sein. Wenn einfach so ein Brief aufschlägt von jemandem, der offensichtlich wirklich ein psychisches Problem hat, dann wären aus meiner Sicht mindestens zwei Meldungen nötig, nämlich an den sozialpsychiatrischen Dienst, um zu gucken, braucht dieser Mensch Hilfe, aber auch an die Polizei, nämlich wegen einer Regelanfrage beim Nationalen Waffenregister. Also immerhin haben wir ja inzwischen ein nationales Waffenregister, wo also die Polizei, jede Polizeidienststelle mal schnell checken kann, hat diese Person eine Knarre. Und das finde ich, das schlägt in dieselbe Kerbe, ähnlich wie Peter Neumann, der ist Politikwissenschaftler und Terrorforscher am King's College in London und der hat getwittert, gerade auch mit Hinweis auf diesen Brief, naja, das ist jetzt, den kann man jetzt nicht unbedingt sinngemäß, ich paraphrasiere, da kann man dem Generalbundesanwalt jetzt nicht die Schuld in die Schuhe schieben, sondern er sagt, wir müssen halt diese Zeichen besser lesen lernen. Ja, ganz genau. Man muss diese kleinen Zeichen, also das sind ja kleine Zeichen, also das ist jetzt ein Brief, einer von vielen wahrscheinlich eine irre Strafanzeige, so ja, gibt es viele und trotzdem müssen wir als Gesellschaft und die Behörden besser lernen, solche Zeichen zu interpretieren und da wäre die nächste Eskalationsstufe vielleicht so ein, zwei Schritt System, wie du es eben beschrieben hast. Also besser noch ein Einschrittsystem. Noch ein Einschrittsystem. Also ganz ehrlich, um das ein bisschen persönlich zu formulieren, ich habe solche Briefe im Dutzend auf dem Tisch gehabt, ich habe auch nie was gemacht. Da muss man jetzt mal in aller Offenheit sagen, vielleicht war das falsch. Ich habe nie gehört, dass dadurch irgendwas schiefgegangen ist, aber ich habe auch solche Briefe nicht zum Anlass für irgendwas genommen. Wir haben beim Berliner Verfassungsgerichtshof in Ausnahmefällen bei den sozialpsychiatrischen Dienst eingeschaltet, aber eigentlich vor allem dann, wenn die Leute bei uns im Büro standen. Das gab es nämlich auch. Da sind Leute irgendwie da angekommen und waren dann Gott sei Dank nicht bewaffnet, aber hatten offensichtlich auch so offensichtliche psychische Probleme. Und dann haben wir mal gesehen, dass wir da irgendwie mal jemanden draufschauen lassen. Aus dieser Erfahrung weiß ich aber, dass es extrem schwer ist, da jemanden zu erreichen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, einfach aus Präventionsgründen, zum Schutz der Menschen und zum Schutz der Allgemeinheit brauchen wir so eine One-Stop-Lösung. Eine Stelle, wo du dich hinwenden kannst als Behörde oder auch mal als Arzt zum Beispiel, so ein Problem mit der Schweigepflicht, aber wo du dich jedenfalls als Behörde oder als Gericht hinwenden kannst und sagen, hier gibt es so einen Menschen, der hat uns was geschrieben. Guck mal drauf. Das sieht nicht gut aus. Schaut euch diesen Menschen mal an. Braucht der Hilfe und ist der gefährlich? Und diese eine Stelle müsste dann aus meiner Sicht auch zum Beispiel das Waffenregister checken können. Also wir haben jetzt ja leider schon über sehr viele dieser und regelmäßig über solche Terrortaten rechter Gewalt und durch rechte Ideologien motiviert berichten müssen. Die Frage ist jetzt, haben wir jetzt endlich eine Diskussion über Rassismus und rechten Terror? Ist das was, was immer wieder aufpoppt oder ist das jetzt angekommen und etabliert in den Behörden, in der Politik, dass wir tatsächlich ein Problem mit rechtsextrem motiviertem Terror zu tun haben? Also ich glaube, ehrlich gesagt, wichtig ist vor allem, sich immer deutlich zu machen, dieser Terror ist ein Symptom. Das sind ja nicht Menschen, die zu Terroristen werden in Deutschland, die einfach nur so Lust auf Gewalt haben, sondern das sind Menschen, die aus einer rassistischen Motivation heraushandeln. Und das ist glaube ich das, was man sich immer deutlich machen muss. Der Terror ist ein Symptom. Gegen den Terror als solchen kann man relativ wenig machen. Du kannst in einer offenen Gesellschaft nicht verhindern, dass irgendjemand sich eine Waffe organisiert und in eine Shisha-Bar läuft. Du kannst ja nicht vor jede Shisha-Bar wie am Flughafen so einen Scanner stellen zum Beispiel. Oder auch der Fall aus Kassel, wo der Regierungspräsident erschossen worden ist, der Herr Lübcke. Da kannst du jetzt ja nicht irgendwie das Privathaus jedes Politikers mit so einem drei Meter hohen Zaun mit NATO-Draht oben irgendwie sichern. Das funktioniert ja nicht. Mit anderen Worten, gegen den Terror als solchen kannst du praktisch nichts machen. Ganz wenig jedenfalls. Was du aber versuchen kannst zu verhindern ist, dass es diesen Nährboden des Terrorismus gibt. Und das ist eben der Rechtsextremismus. Und ich glaube, das ist die Erkenntnis, die aus Hanau zu ziehen ist. Das Problem heißt Rassismus. Und das ist jetzt ein Zitat von Albert Memmi. Das Problem heißt Rassismus, die verallgemeinerte und verabsolutierte Wertung tatsächlicher oder fiktiver Unterschiede zum Vorteil des Anklägers und zum Nachteil seines Opfers, mit der seine Privilegien oder seine Aggressionen gerechtigt werden sollen. Oder kürzer formuliert kann man sagen, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Das Zitat hat getwittert Matthias Quent, Autor des Buchs Deutschland rechts außen. Haben wir hier auch schon mal vorgestellt. Gibt es ein Interview mit ihm im Medienradio. Gibt es jetzt auch in der Bundeszentrale für politische Bildung das Buch. Genau, das ist ein Tipp, haben wir auch verlinkt. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Erkenntnis. Der Terror ist ein Symptom. Das dahinterstehende Problem ist Rassismus und Rechtsextremismus. Und deswegen, wer jetzt sagt, wir müssen den Terror bekämpfen, der muss vor allem den Wahnsinn in den Köpfen, jetzt mal nicht im medizinischen Sinne, sondern im quasi politischen Sinne oder im ideologischen Sinne bekämpfen. Der muss ran an den Rechtsextremismus und der muss auch ran an die Ausgrenzung von Menschen aufgrund irgendwelcher persönlichen Eigenschaften, die einem aus, warum auch immer, negativ erscheinen. Norbert Röttgen, hast du Norbert? Ja, Norbert Röttgen, immer als Umweltminister jetzt im Rennen um den CDU-Vorsitz, hat gefordert, ein Kabinett gegen Rechtsextremismus, also sowas wie ein Klimakabinett, so eine Art unter, inoffizielles Unterkabinett, um gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Und da hat sich zu geäußert, Farad Dilmagani, Vorsitzender des Vereins Deutsch Plus. Und er sieht diese Anregung von Röttgen als Hinweis darauf, dass diese Rassismusdebatte jetzt endlich die richtige Flughöhe erreicht hat. Natürlich haben wir auch aus anderen Parteien schon bilateral Reaktionen bekommen und wir sind zuversichtlich, dass das an Dynamik nun aufnehmen wird. Tatsächlich kann es nicht mehr so sein, dass man nach Chemnitz sagt, es sei eine Zäsur, nach Lübcke sagt, es sei eine Zäsur, nach Halle sagt, es sei eine Zäsur, nach Hanau sagt, es sei eine Zäsur. Was folgt denn daraus? Und deswegen sind wir heute hier. So, also ich bin gespannt, ob diese Debatte jetzt angekommen ist. Also bei den Behörden, glaube ich, scheint sie angekommen, bei den Sicherheitsbehörden, die haben viel aufgerüstet und haben das ins Visier genommen. Jetzt ist die Frage, folgt die Gesellschaft? Genau, das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Wir müssen es als gesellschaftliche Aufgabe ansehen. Es ist jetzt nicht nur die Aufgabe der Politik. Insofern habe ich überhaupt keine Bedenken gegen diese Forderung eines Kabinetts gegen Rassismus. Aber ich glaube, wir brauchen eigentlich nicht immer neue Gremien, sondern wir brauchen vor allem eine gesellschaftliche Entwicklung. Wir haben das ja auch schon mehrfach in der Lage analysiert. Wir haben das nach dem Mord an Herrn Lübcke im Sommer ausdrücklich analysiert. Wir haben das vor kurzem bei der Lage-Tour im Januar noch mal diskutiert. Wie eindeutig hat Deutschland reagiert auf den RAF-Terror? Und das vor allem als gesellschaftliche Herausforderung begriffen. Millionen von Menschen, also damals war die Bundesrepublik so um die 60 Millionen, 60, 65 Millionen. Die haben nahezu ausnahmslos gesagt, wir müssen diese RAF-Terroristen dingfest machen und diesen Terror beenden. Und ich glaube, diesen Ruck brauchen wir heute wieder. Und diese entschiedene Bekenntnis gegen den Rechtsexperten. Ja, und zumal wir halt laufend fast neue rechte Terrornetzwerke entdecken. Also es gab das Teutonico-Netzwerk, wo es Durchsuchungen gab. WDR sagt, mehr als tausend Leute hätten sich in diesem Netzwerk organisiert. Es gab Nordkreuz. Es gibt eine ganze Reihe von Netzwerken, von rechten Netzwerken, in denen sich meistens ja Männer koordinieren für den Tag X oder tatsächlich auch konkrete Attentate und Morde vorbereiten. Und da muss ich sagen, ja, das ist ein guter Journalismus, der das aufdeckt, der sich dahinter klemmt. Und ja, da sind ja auch Ermittlungsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaften dahinter, die diese Hausdurchsuchung vornehmen, die da Ermittlungen vornehmen. Was mir aber fehlt, ist tatsächlich so eine breite Debatte, eine breite Aufmerksamkeit und so eine breite gesellschaftliche Front, die sagt, das geht nicht. Das ist, also das fehlt mir. Das ist nicht so, dass Medien darüber nicht berichten. Aber es fehlt so ein bisschen so dieser Aufschrei. Dieser Punch. Ja, und es fehlt ehrlich gesagt aus meiner Sicht auch so ein bisschen so dieser quasi der Bewegungskarakter des Widerstands gegen den Rechtsextremismus. Um mal ein Beispiel zu nennen. Als in Paris, vor zwei, drei Jahren die Redaktion von Chadi Abdo von in diesem Fall islamischen Terroristen überfallen wurde und einige Journalisten und Journalistinnen erschossen worden sind, da stand das ganze Land Kopf. Frankreich stand Kopf, Millionen von Menschen sind auf die Straße gegangen, haben sich quasi gegen den Terror ausgesprochen. Zu Recht. Sogar in Berlin. Völlig zu Recht. Völlig zu Recht. Ich will das überhaupt nicht realisieren. Im Gegenteil. Völlig zu Recht. Das ist aus meiner Sicht eine mustergültige Manifestation des Widerstands gewesen. Da hat also die ganze französische Gesellschaft quasi wie ein Mensch sich hingestellt und gesagt, wir wollen das nicht. Hört auf mit eurem Schwachsinn. Selbst in Berlin gab es tausende von Menschen, die am Brandenburger Tor quasi solidarisch mit Chadi Abdo demonstriert haben. Und ich frage mich so ein bisschen, wo ist denn jetzt eigentlich die Soli-Demo mit den Menschen in Hanau? Wo ist die? Gab es die nicht? Nö. Es gab natürlich ein paar hundert Leute am Brandenburger Tor. Es gab ein paar hundert Leute hier und da. Aber was einfach fehlt, ist dieser Aufstand der Millionen, die sagen, wir wollen das nicht. Wir haben keinen Bock auf Nazis. Wir sind mehr, gibt es ja auch. Ich will das ja alles gar nicht klein machen. Jede Initiative, die ist ja wertvoll. Die Antifa ist wertvoll, sofern sie nicht selber Straftaten begeht. Aber ganz ehrlich, es fehlt der gesellschaftliche Aufschrei. Es fehlt nach wie vor dieses Bewegungsmoment. Und das hatten wir gesagt, deswegen bringen wir immer dieses Beispiel. Das hatten wir in den 70ern gegen die RAF. Ich war da ja selber noch klein. Aber nach allem, was ich gehört habe von meinen lieben Anverwandten, war das eine Bewegung. Und das kann man ja auch nachlesen. Zum Beispiel bei Stefan Aust im Bader-Meinhof-Komplex. Ein sehr lesenswertes Buch übrigens für zeitgeschichtlich interessierte Menschen. Das ist einfach die Bewegung gewesen, die dann letztlich der RAF auch den Boden entzogen hat. Und das fehlt heute noch. Und da kann man einfach nur sagen, da müssen wir hin. Und was auf der anderen Seite aber so ein kleines bisschen Mut macht, finde ich, ist die Reaktion in der Politik. Da kommen wir gleich zu, wenn wir noch mal über die Union diskutieren, die sich ja gerade in einer massiven Führungskrise befindet. Philipp, wir müssen aber noch ganz kurz am Rande auf einen Vorfall hinweisen, der erfreulicherweise nämlich kein Terror war. Ja, das war dieser Vorfall im oberhessischen Volkmassen. Also Vorfall ist ja auch schon wieder eine Euphemismusuntertreibung. Da ist ein 29-jähriger Deutscher offensichtlich vorsätzlich bei einem Rosenmontagsumzug in eine Menschenmenge gefahren. Es wurden 61 Personen verletzt, 35 davon schwer. Es gibt einen Haftverfehl wegen versuchten Mordes. Und der Beschuldigte ist in der Vergangenheit durch Delikte wie Beleidigung, Nötigung und Hausfriesensbruch aufgefallen. Eine zweite Person hatte den Zwischenfall sogar gefilmt, weshalb die Polizei auch ihn festnahm. Aber Stand heute ist, das war natürlich erst mal die Befürchtung, dass es ein weiterer politisch motivierter, rechtsextremistisch motivierter Anschlag war. Aber nach heutigem Stand war es das wohl nicht. So tragisch das Ding auch ist. Immerhin kein Terror. Also jemand, der warum auch immer gehandelt hat, ist ein bisschen unklar. Aber jedenfalls nicht etwa, um nur Schrecken zu sehen oder gar irgendeinem Hass auf seine lieben Mitmenschen Ausdruck zu geben. Philipp, willkommen zu unserem nächsten Thema. Bevor wir, wie versprochen, gleich ausführlicher über die Lage in der christlich-demokratischen Union diskutieren, müssen wir noch ein weiteres innenpolitisches Thema der letzten Tage aufarbeiten. Das ist nämlich die Wahl zur hamburgischen Bürgerschaft. Absolut. Das ist quasi das Landesparlament der Freien und Hansestadt Hamburg. Genau. Da gab es Wahlen. Und wir stellen fest, ein seltener Anblick, die SPD hat doch die allermeisten Stimmen bekommen. 39,2 Prozent. Märchenhaftes Ergebnis für die Sozialdemokraten, die rund um die 15 Prozent stehen. Obwohl auch in Hamburg über sechs Prozentpunkte Verlust. Die Grünen sind auf gut 24 Prozent gekommen. Das ist fast eine Verdopplung. Elf, fast zwölf Prozentpunkte mehr als bei der letzten Wahl. Die CDU dagegen hat stark verloren, ist jetzt bei gut elf Prozent nur noch in Hamburg. Das sind fast fünf Prozentpunkte weniger als bei der letzten Wahl. Die Linke ist mehr oder weniger gleichgebelieben bei gut neun Prozent in Hamburg. Die AfD hat leicht verloren, ist gerade noch so in die Bürgerschaft gekommen. Mit knapp über fünf Prozent. Die FDP ist knapp an der Fünf-Prozent-Hürde mit 4,9 gescheitert und hat zweieinhalb Prozentpunkte verloren. So sieht es also aus. FDP, also nach Zitterpartie, nicht mehr in der Bürgerschaft. Sicherlich auch eine Quittung für das Kuscheln mit den Rechtsradikalen in Thüringen mit der AfD. Ein Drittel der Stimmen verloren. Ja, also Zitterpartie deswegen, weil das Wahlsystem in Hamburg sehr schwierig ist. Das hat lange gedauert, die Stimmen auszuzählen. Es ging immer so ein bisschen hin und her. Fünf Prozent, ja, nein. Aber im Ergebnis hat es dann doch nicht so ganz gereicht. Unter anderem auch, weil es eine Fehler beim Auszählen gegeben hat und in einem Wahlbezirk irgendwie die Stimmen der Grünen, der FDP gut geschrieben wurden beim ersten Durchgang. Die AfD hat es genau andersrum erlebt. Nach den ersten Hochrechnungen sollte, oder nach den ersten Prognosen, sollte sie nicht drin sein, ist es letztlich aber eben doch, wir haben es gesagt, 5,3 Prozent der Stimmen. Gleichwohl sind das doch die ersten richtig deutlichen AfD-Verluste bei einer Landtagswahl. Wie gesagt, fast einen Prozentpunkt verloren. Das heißt, der Höhenflug der AfD scheint im Westen durchaus zu stoppen zu sein. Im Osten sieht es natürlich noch anders aus. Ja, zumindest geht es, ich weiß nicht, ob ich das als herbe Niederlage werten würde, aber zumindest ist es jetzt nicht weiter steil bergauf gegangen. Gar nicht aufgegangen, sondern leichte Verluste. Ja, genau, klar, SPD ist Wahlsieger trotz dieser ganzen Verluste, aber mehr als 10 Prozentpunkte gegenüber den Umfragen vor einigen Monaten haben sie dann doch gut gemacht. Sicherlich Bonus für den Amtsinhaber, ein guter Wahlkampf. Und diese doch erheblichen Merkwürdigkeiten um die Warburg-Bank, über die wir letztes Mal geredet haben, die scheinen, weiß ich nicht, ist immer schwer zu sagen, aber die haben zumindest nicht so reingehauen, dass es ernsthafte Probleme für die SPD gegeben hat. Was ich irgendwie interessant finde, ob man sich in Hamburg schon daran gewöhnt hat, dass da irgendwie gekuschelt wird zwischen SPD und großen Industrie. Aber es sind ja immerhin gut sechs Prozent weniger. Also es ist jetzt auch nicht nichts. Also ich finde es trotzdem ein bemerkenswertes Ergebnis, weil es ja unglaublich krass klang, was wir da aufgearbeitet haben. War nicht unsere Recherche ursprünglich, aber was wir da in der vergangenen Folge dargelegt haben. Also das fand ich schon richtig krass. Und dass da trotzdem 39 Prozent noch sagen, jo, egal. Läuft. Wie immer das sei. Die Grünen jedenfalls sind eigentlicher Wahlsieger. Das muss man sehr deutlich sagen. Hamburg ist ein weiteres Bundesland, in dem die Grünen jetzt Volkspartei sind. Mit 24 Prozent kann man das deutlich sagen. Und die Hamburger Grünen waren ja auch sehr selbstbewusst in diesen Wahlkampf gegangen, hatten ihre Spitzenkandidatin Katharina Fegebank eben tatsächlich zur Spitzenkandidatin und auch zur Kandidatin für das Amt des ersten Bürgermeisters oder der ersten Bürgermeisterin ernannt. Mit anderen Worten, die Grünen hatten durchaus den Führungsanspruch formuliert in diesem Hamburger Wahlkampf. Und das ist ja auch durchaus nicht absurd. Also es hat jetzt nicht gereicht. Es liegen immer noch 10, 15 Prozentpunkte zwischen SPD und Grünen. Aber das war vor einigen Monaten alles andere als klar. Man wird sagen müssen, denke ich, Philipp, im unmittelbaren Vergleich mit Tschentscher, dem Amtsinhaber, konnte Katharina Fegebank dann doch viele WählerInnen nicht überzeugen. Trotzdem spannend, noch ein Blick auf die Wählerwanderung. Gerade auch im Hinblick auf die Diskussion, die wir gleich führen wollen, über die Situation in der CDU. Die Union verliert nämlich in der Analyse quasi, wie sind Wählerinnen und Wähler von einer Partei zur anderen gewandert. Die Union verliert praktisch nicht nach rechts, sondern die Union, die ja drastische Verluste hinzunehmen hatte, wie gesagt, minus 5 Prozentpunkte. Die Union verliert praktisch nur an SPD und Grüne. Genau genommen minus 6.000 Stimmen Richtung SPD und 11.000 Stimmen an die Grünen. Und das ist schon mal ein sehr deutliches Signal. Sie hat sogar eine ganze Reihe von Stimmen von der FDP auf sich gezogen, was ich interessant finde. Also FDP-WählerInnen, die jetzt doch die Union gewählt haben und hat aber nur minimal 1.000 Stimmen an die AfD verloren. Das heißt also, jedenfalls in Hamburg wird man nicht sagen können, dass die Union mit einem härteren Rechtskursboden hätte gut machen können, ganz im Gegenteil. Sondern sie war jedenfalls den Hamburgerinnen und Hamburgern offensichtlich immer noch zu konservativ zu rechts. Sonst wäre diese Wanderung in Richtung Rot-Grün kaum zu erklären. Ja, interessant ist dann noch, dass sich die Hamburger deutlich von Esken und Novabo abgesetzt haben. Die Hamburger SPD. Die Hamburger SPD von ihrer Bundesführung. Und ja, ist immer die Frage, haben sie trotzdem so gut abgeschnitten oder hätten sie noch besser abgeschnitten, wenn sie es nicht getan hätten? Ist ein bisschen Spekulation. Interessant finde ich, dass sie jetzt mit der Union sondieren, wenn es um die Regierung geht, um die Koalition. Also SPD sondiert mit der Union. Weiß nicht. Vielleicht wahrscheinlich auch eine Machtdemonstration gegenüber den Grünen. Ja, also im Deutschlandfunk habe ich einen Kommentar gehört, dass das eigentlich ein ziemlich mieser Schachzug der SPD sei gegenüber den Grünen. Dass man jetzt erst noch mal demonstrativ mit der Union kuschelt. Obwohl nun wirklich Union und SPD beide deutlich Stimmen verloren haben. Also da von einem Auftrag zur Regierungsbildung zu reden wäre wirklich absurd. Den haben, wenn überhaupt, dann denke ich vor allem die Grünen. Insofern finde ich das so ein bisschen komisch, dass die SPD dann noch mal den Grünen deutlich signalisieren will. Wir könnten theoretisch auch eine große, naja, groß kann man auch nicht mehr sagen, aber jedenfalls eine schwarz-rote Koalition bilden. Na gut, jedenfalls Rot-Grün hat einen klaren Regierungsauftrag. Ich gehe mal davon aus, dass die Sondierungen zwischen SPD und CDU jetzt auch ein baldiges Ende finden werden und dann Koalitionsverhandlungen zwischen Rot-Grün beginnen werden. Kommen wir zum Zustand der CDU. Das ist ja auch ein Thema, was die Republik in meinen Augen etwas über die Maßen bewegt. Ja, das ist aber auch ganz interessant, Philipp. Philipp, du hast da in der Tendenz, finde ich, immer so ein bisschen diesen Impuls, die einzelnen Parteien werden zu viel diskutiert. Ich finde das ja total spannend. Das ist ganz lustig. Philipp und ich haben ja selten so, wie soll ich sagen, so länger dauernde unterschiedliche Sichtweisen auf die Dinge. Aber hier schon, das finde ich irgendwie ganz befruchtend. Ich finde das total spannend, auch über die SPD zu reden oder über die Grünen intern, wenn es da mal krachen sollte. Aber wie gesagt, du findest es nicht ganz so spannend, Philipp. Aber trotzdem, so ein paar Sachen sind ja doch bemerkenswert. Na, das ist doch völlig klar. Also ich sage ja auch nicht, dass es unwichtig ist, wen jetzt die Regierungspartei in Deutschland zu ihrem nächsten Vorsitzenden, in diesem Fall ist es einfach nur ein Mann wahrscheinlich, nächsten Vorsitzenden, und damit wahrscheinlich ja auch Kanzler wählen wird. Das ist natürlich nicht irrelevant. Also ist klar, die Diskussion ist natürlich jetzt, natürlich durch den Rücktritt von AKK hochgekommen, aber jetzt dieses miese Ergebnis in Hamburg, das miese Ergebnis in Thüringen, das hat schon für ordentlich durcheinander gesorgt. Wir haben da ja letztes Mal auch über diese tektonischen Verschiebungen im deutschen Parteiensystem insgesamt gesprochen. Auch dieser Richtungsstreit, der ist jetzt mitten in der CDU angekommen. AfD, ja, nein, annähern, kooperieren, abgrenzen. Wie umgehen mit der Linkspartei? Also diese Debatte ist jetzt voll ausgebrochen. Und ja, AKK hat hingeworfen, hat mich, also ihre letzte Amtshandlung war in meiner Meinung, also ihre letzte Amtshandlung als noch wirklich amtierende und mächtige Vorsitzende war wieder eine Fehlentscheidung, nämlich diese Annahme, sie könnte da bis zum Dezember warten. Absurd. Also wie sie davon ausgehen konnte, ist mir völlig unklar, wie sie glauben konnte, dass die CDU jetzt ein Jahr lang mit ihr da noch im Amt als Vorsitzende sich durch die Monate schleppt. Also unterm Strich, glaube ich, muss man sagen, CDU ist die Partei, die sich wie keine andere in Deutschland über Macht und Führung definiert. Und deswegen wurmt das die, glaube ich, auch doppelt. Dass das da gerade so. Man muss es ja sehen, genau diese beiden Punkte, diese beiden zentralen Wesenskerne der Union, Macht und Führung, liegen derzeit brach. Die Wahlergebnisse versprechen immer weniger Macht bundesweit. Und personell ist weit und breit keine klare Führungsfigur erkennbar. Und hinzu kommt dann, dass sie auch noch inhaltlich ausgezehrt ist. Wir haben das in der vergangenen Folge schon angedeutet. Aber ich möchte das noch mal ansprechen, dass im Moment niemand so richtig genau weiß, wofür die Union steht. Weil Sascha Lobo das in dieser Woche, finde ich, ganz smart analysiert hat. Ja, erzähl mal, ich habe das nicht gelesen. Ach so, ja, Sascha Lobo hat in seiner Kolumne für den Spiegel das auf die schöne Formel gebracht, der konservativen Hilflosigkeit im Angesicht des radikalen Wandels. Und was meint Sascha Lobo damit? Konservativ bedeutet ja zunächst mal vom Wortsinn her einfach bewahren. Konservare, lateinisch bewahren. Das heißt also, eine konservative Partei, wie sie die Union ja noch von ihrem Selbstverständnis her sein will, hat eigentlich so die Aufgabe, dass im Prinzip alles bleibt, wie es ist. Ganz grob. Das heißt also, nicht alles muss im Detail so bleiben, aber im Großen und Ganzen soll alles so bleiben, wie es ist. Und dazu wird allenfalls im Detail nachgesteuert, um aber den Status quo weitgehend zu erhalten. Und dieses Konzept der Bewahrung dessen, was sich aus Sicht der Union eben bewährt hat, manche mögen es anders sehen, dieses Konzept des Bewahrens gerät aber ganz notwendig in eine Krise, in einer Zeit, in der sich viele Selbstverständlichkeiten auflösen. Auf Deutsch, die Welt verändert sich rasant. Und wenn man dann das Wesentliche bewahren will, hat man ein Problem. Ja, dann muss man nämlich die Frage beantworten, wie reagiert man denn auf die Digitalisierung? Wie reagiert man denn auf die Globalisierung? Und natürlich auch, wie reagiert man denn eigentlich auf rechtsautoritäre Attacken auf die liberale Demokratie? Und das ist für eine konservative Partei ganz besonders schwierig, hier inhaltlich programmatisch zu reagieren. Denn nun kann sie ja gerade nicht mehr sagen, weiter so. Ganz im Gegenteil, sie muss sich überlegen, was ist bewahrenswert an dem, wie unser Land zurzeit aufgestellt ist? Was ist denn quasi das Wesentliche? Was wollen wir denn bewahren? Und was müssen wir gezielt ändern, um dieses Bewahrenswerte erhalten zu können? Und das sind die zentralen Fragen, die sich aus einer konservativen Sicht heute stellen. Und die CDU ist mittendrin darin, diese Fragen zu beantworten. Und Angela Merkel hat es, um das vielleicht so ein bisschen konkreter zu formulieren, Angela Merkel hat es der Union, denke ich, sehr schwer gemacht, dieses Bewahrenswerte zu definieren. Weil viele Eckpfeiler dessen, was die Union jahrzehntelang für ihren Wesenskern oder für ihre politischen Botschaften gehalten hat, Wehrpflicht, Atomkraft und so, ganz vieles davon ist ins Wanken geraten. Die Westbindung Deutschlands ist natürlich nicht im Großen und Ganzen infrage gestellt. Also niemand überlegt jetzt, aus der NATO auszutreten zum Beispiel. Aber die NATO ist drastisch geschwächt dadurch, dass eben Donald Trump Unilateralist ist. Das heißt, Donald Trump ist extrem skeptisch gegenüber internationalen Bündnissen. Das heißt, ganz vieles davon, was die Union ausmacht, was aus Sicht der Union bewahrenswert ist, vieles davon würde ich sogar unterschreiben. Nicht gerade die Atomkraft, aber sicherlich die Westbindung. Vieles davon ist heute in Zweifel gezogen. Und die Union muss sich jetzt die Frage stellen, was ist denn das, was wir bewahren wollen? Wofür wollen wir konservativ sein? Und wo müssen wir Stellschrauben verändern, um dieses Bewahren überhaupt hinzubekommen? Ja, also Merkel hat sich ja weiter in die Mitte gezogen. Merkel hat ja die Union eigentlich immer hin, zu sich inspirieren lassen von liberaleren, sozialdemokratischen, auch grünen Werten. Jetzt nicht immer, aber so über die Jahre gesehen. Und da haben sich gerade die, die mehr bewahren wollen, irgendwie diese eher traditionellen und konservativen Werte vertreten, ein bisschen vernachlässigt gesehen. Und die melden sich jetzt wieder zu Wort. Ja, weil am Sonderparteitag, am 25. April, gibt es einen Sonderparteitag. Da wird der neue Vorsitzende gewählt werden. Und in dieser Kandidatenreihe kann man nämlich schon auch diesen Konflikt sehr gut ablesen, den es in der Union gibt. Weil da, würde ich sagen, eigentlich aus jeder Richtung, aus jeder Wertekonstellation ein Kandidat antritt. Der eine hat sich als erstes gemeldet, Norbert Röttgen. Ja, war Umweltminister mal überraschend, hat keiner mit gerechnet. Glaube ich, Chancen hat er nicht. Weiß er, glaube ich, auch. Aber Hut ab, in meinen Augen, dass er sich da eingemischt hat und durchaus sehr liberale, auch klimapolitisch ambitionierte Thesen von sich gibt. Ja, also das Ding ist halt einfach, dass es so ein bisschen unklar ist, wofür er eigentlich steht. Er ist sicherlich für Unionsverhältnisse, so in umweltpolitischen Fragen, progressiv. Das hat er auch schon als Umweltminister damals ganz anders versucht, zum Beispiel als heute Frau Schulze. Er ist auf der anderen Seite aber irgendwie auch so ein bisschen ein Mann, dem der Makel anhaftet, doch ein Mann von gestern zu sein. Er ist ja vor Jahren mal daran gescheitert, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen zu werden, hat die Wahl krachend verloren damals. Und zwar so krachend, dass er daraufhin auch auf Bundesebene von Angela Merkel als Minister abgesägt worden ist. Kann man natürlich sagen, das hätte sie auch nicht machen müssen. Denn vielleicht war das auch so ein bisschen der Versuch, einen möglichen späteren Konkurrenten abzusägen. Jedenfalls, aber war er dadurch total aufs Abstellgleis gestellt, hat dann ein bisschen später auch noch seinen Vize-Vorsitz der Union verloren. Das heißt, er war eigentlich so ein bisschen, obwohl er noch gar nicht so wahnsinnig alt ist, glaube ich, in den 50ern, so eine Art Politrentner. Und jetzt ist er eben wieder am Start. Und abgesehen von der Umweltpolitik fragen wir uns alle so ein kleines bisschen, wofür steht eigentlich Norbert Röttgen? Ganz anders ist das bei Fritze Merz. Friedrich Merz läuft sich seit 18 Monaten warm, Philipp. Hat aber eine Menge Gemeinsamkeiten mit Norbert Röttgen, nämlich, dass er auch mal irgendwas war in der CDU, nämlich Fraktionsvorsitzender für eine relativ kurze Zeit. Ansonsten eigentlich nichts. Auch ein Mann, wenn du so willst, nach diesen Kriterien bemisst, durchaus von gestern. Ja, absolut. Also noch deutlicher als Herr Röttgen ist auch Friedrich Merz eigentlich ein Mann von gestern. Auf der anderen Seite, wie gesagt, läuft er sich aber seit 18 Monaten warm, möchte an die Spitze, ist aber AKK auf dem Parteitag 2018 knapp unterlegen. Formschwäche hat er gesagt. Formschwäche hat er gesagt, weil er an dem Tag eine schlechte Rede gab. Hätte ich eine beste Rede gehalten, hätte ich es gewonnen. So einfach kann die Welt manchmal sein. Jedenfalls hat er diese Niederlage, man erkennt es schon an diesem Zitat, nie akzeptiert. Hat jetzt die letzten Jahre im Wesentlichen als Rechtsanwalt gearbeitet und dabei insbesondere Großinvestoren vertreten. Ja, ich meine Blackrock Capital heißt diese Heuschrecke, für die er da maßgeblich mit tätig war. Er gilt in der Union vielen als Hoffnungsträger für einen Rechtsruck. Das kann man, glaube ich, ehrlich sagen. Und Rechtsruck in dem Sinne, dass viele in der Union, ich glaube, man kann sagen, seine Anhängerschaft ist so knapp die Hälfte der Union. Jedenfalls an der Basis. Ob das bei den Delegierten auf dem Parteitag auch so sein wird, ist ein bisschen schwieriger zu beantworten. Aber jedenfalls an der Basis gibt es so etwa grob die Hälfte der Unionsanhänger und Anhängerinnen, die hinter Friedrich Merz stehen. Einfach als Hoffnungsträger dafür, manches von dem, wieder rückgängig zu machen, was Angela Merkel der Union letztlich auch zugemutet hat. Und das wiederum steht in einem ganz engen Verhältnis zu dem programmatischen Problem der Union, sich zu entscheiden, was ist denn das Bewahrenswerte und was wollen wir tun, um das zu bewahren. Und da gibt es offensichtlich eine breite Strömung in der Union, die findet, na, das ist doch ganz einfach, wir drehen einfach das Rad der Geschichte 10, 15 Jahre zurück. Und schon haben wir Dinge wieder, jedenfalls mal als Forderungen, die doch früher auch schon gut waren. Und symptomatisch steht dafür, denke ich, ein Ausschnitt aus seiner offiziellen Kandidatur in der Bundespressekonferenz diese Woche. Vielleicht kleiner Einschub, was ist die Bundespressekonferenz? Das ist ein Verein eigentlich, sieht immer super offizieus aus. Das ist dieser Raum, in dem ihr im Fernsehen häufig Merkel, andere Politiker, Politikerinnen sitzen seht, vor so einer schönen blauen Wand. Das ist aber ein Verein getragen von Hauptstadtjournalisten und Journalistinnen. Und die laden sich halt dann regelmäßig Politiker ein. Und die kommen dann und halten eine Pressekonferenz. Und so war eben auch. Aber sie sind zu Gast. Und das, finde ich, ist das Wichtige, wenn man immer denkt, dass es jetzt irgendwas Offizielles ist. Es ist nicht zu verwechseln zum Beispiel mit dem Bundespresseamt. Das Bundespresseamt ist die offizielle Kommunikationsstelle der Bundesregierung, wo Steffen Seibert sitzt als Regierungssprecher. Und die Bundespressekonferenz ist ein Verein von JournalistInnen. Und die laden Politiker ein. Das heißt, wenn man da hingeht als Politiker oder als Politikerin, ist man zu Gast bei der Presse und darf gnädigerweise was sagen. Deswegen sitzt auch immer, glaube ich, einer dabei von diesem Verein, der das Ganze so ein bisschen moderiert und sagt, nun der Nächste. Und dann war das hier so, der Merz war da, hat also seine Kandidatur verkündet. Und das Ding war eigentlich schon durch. Und die Hälfte war schon aus dem Raum und so. Und dann gab es noch eine Frage von einem Journalisten. Ich glaube, es war vom Spiegel. Und die Antwort von Merz darauf war schon sehr vielsagend. Und wir hören uns das Stück jetzt mal an. In Echtzeit erst die Frage, dann die Antwort. Sie hatten in Ihren einleitenden Worten, Herr Merz, gesagt, dass wir ein massives Problem mit Rechtsradikalismus haben in diesem Land und das lange unterschätzt haben. Dann haben Sie aber sehr schnell über rechtsfreie Räume in Innenstädten und Grenzkontrollen gesprochen. Schließe ich daraus richtig, dass Ihre Antwort auf das Problem des Rechtsradikalismus die stärkere Thematisierung von Clan-Kriminalität, Grenzkontrollen usw. ist? Und wenn nicht, was wäre sie dann? Die Antwort ist ja. Okay. 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 Also, er sagt... Völlige Überraschung bei dem Journalisten. Er hat ihm ja noch eine große Ausfahrt aus dieser Frage geboten, im Sinne von, wenn nicht, ja, was wäre denn dann Ihre Antwort auf den wachsenden Rechtsextremismus in Deutschland? Also eine Steilvorlage, um irgendwas Sinnvolles zu sagen. Und Merz sagt ganz bewusst, und ich glaube, das ist jetzt auch nicht ihm rausgerutscht oder er hat die Frage nicht verstanden oder so, sondern seine Antwort auf den wachsenden Rechtsextremismus in Deutschland ist eine stärkere Betonung der Diskussion über Clan-Kriminalität und rechtsfreie Räume. Und Grenzkontrollen. Und Grenzkontrollen. Ja, und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja extrem interessant. Interessanter Fokus. Interessanter Fokus. Also das hat die CSU ja in Bayern auch schon mal probiert. Ich weiß nicht, ob sich der ein oder andere erinnert an die Diskussion, die insbesondere Horst Seehofer im Sommer 2018 immer wieder geführt hat, um Zurückweisung an den Grenzen zum Beispiel. Also das hat Horst Seehofer probiert und das ist ihm gewaltig auf die Füße gefallen bei den Wahlen in Bayern. Denn das Einzige, was man erreicht, wenn man diese typisch rechten Narrative bedient, mehr Kontrolle an den Grenzen, mehr Law and Order gegen Clan-Kriminalität, übrigens ein weitgehend fiktives Problem. Also natürlich gibt es Clan-Kriminalität, aber es ist jetzt wahrlich nicht das Problem der inneren Sicherheit in Deutschland. Also wenn man diese Themen diskutiert, dann stärkt man nach allem, was man aus Wahlen entnehmen kann, die Rechtsextremen, weil man halt einfach die Diskussionen führt, in denen Rechtsextreme im Zweifel immer am besten wegkommen. Einfach weil sie die krassesten, radikalsten und damit vermeintlich wirksamsten Lösungen präsentieren. Das ist eines der deutlichsten Beispiele für diesen Mechanismus. CDU latscht der AfD in die Falle, indem sie Probleme so zu adressieren versuchen, wie es die AfD tun würde, in der Hoffnung, dass sie damit, wie Merz das ja sich vorgenommen hat, die AfD zu halbieren. Genau, und das hat in Hamburg schon nicht funktioniert, siehe Wählerwanderung. Und das hat in Bayern nicht funktioniert. Und mal ganz ehrlich, soziokulturell gibt es, glaube ich, kaum größere Unterschiede in Deutschland als zwischen Bayern und Hamburg. Das heißt also, wenn es in Bayern und Hamburg nicht funktioniert, spricht wenig dafür, dass es sonst irgendwo funktionieren würde. Und deswegen finden wir dieses Zitat so spannend für Friedrich Merz, weil es eben nicht rausgerutscht ist, sondern in ganz ruhigen Worten, ganz betont sagt, er glaubt, man bekämpft Nazis am besten, indem man mehr über Clankriminalität und Grenzkontrollen redet. Und da fällt einem nicht mehr viel zu ein. Einen ganz anderen Punkt setzt Armin Laschet, Ministerpräsident noch in Nordrhein-Westfalen. Der ist auch in dieser Woche ins Rennen getreten. Der war aber nicht alleine. Wem hat er sich zusammengetan? Ah, mit Jens Spahn ist er aufgetreten. Ganz genau. Das ist nämlich eine richtig smarte Idee, muss man ganz ehrlich sagen. Da war Merz auch echt angepisst. Ja, da war richtig angepisst. Und auch zu Recht, denn ich würde mal behaupten, das war vermutlich der Todesstoß. Wir haben hier im Patch den cooler Hack. Und das finde ich, ehrlich gesagt, auch genau den Punkt. Also Armin Laschet, wie gesagt, Ministerpräsident NRW, gilt inhaltlich so als Mann der Mitte, als Vermittler, als Ausgleichender, der so die verschiedenen Leute, verschiedene Strömungen unter einen Hut bringt. Und er hat sich jetzt eben Unterstützung geholt durch den Gesundheitsminister Jens Spahn, seines Zeichens 39 Jahre alt und früher Vorsitzender der Jungen Union, wenn ich mich nicht völlig täusche, Philipp. Oder jedenfalls hat er ganz starke Unterstützung aus Kreisen der Jungen Union. Und Jens Spahn insbesondere galt ja auch lange als möglicher Kandidat um die CDU-Spitze. 2018 war er einer von dreien. Friedrich Merz, AKK und Jens Spahn haben damals sich Konkurrenz gemacht. Und jetzt ist Jens Spahn quasi im Team Laschet unterwegs. Der hat also seine eigene mögliche Kandidatur, die er noch nie offiziell bekannt gegeben hatte, zurückgezogen. Ist beim Team Laschet an Bord gegangen. Das heißt, Armin Laschet als Mann der Mitte und Jens Spahn als tendenziell eher konservativer, aber zugleich doch auch, wie soll ich sagen, sehr energetischer, sehr engagierter, junger Politiker gehen jetzt zusammen ins Rennen um den CDU-Vorsitz. Also es wird keine formale Doppelspitze. Aber Spahn sagt halt, ich stehe auf Seiten von Armin Laschet und ist dann quasi so, wie soll ich sagen, der Kronprinz von Laschet. Weil Laschet ja auch nicht mehr 50 Jahre Kanzler sein kann. Und wahrscheinlich wird er Fraktionschef, wenn das mit Laschet durchgeht. Das wäre eine denkbare Funktion. Dann wäre Jens Spahn quasi der Mann, der für Laschet die Mehrheiten im Bundestag organisieren muss. Das halten wir beide für einen sehr, sehr coolen Hack. Aber auch inhaltlich. Moment, bevor wir zum Inhalt kommen, kurz noch der Nachtrag hier. Wikipedia sagt zu Jens Spahn, er ist seit 2005 Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes und er war Kreisvorsitzender der JU Borken. Aha, okay. Also er war nicht Bundesvorsitzender der Union, sondern im Kreis Borken. Bochen, schön, Bochen. Freuen wir uns sehr. Auf jeden Fall aber ist er in der Jungen Union tendenziell sehr beliebt. Und bei der Kandidatendiskussion 2018 hatte die Junge Union relativ deutlich auch für ihn sich positioniert. Aber zurückkommt auf das Zitat von Merz, auf den O-Ton, Laschet positioniert sich da ganz anders. Er hat sich kürzlich im ZDF als einer der ersten eigentlich Unionsspitzenpolitiker von dieser von uns auch viel zitierten Hufeisentheorie verabschiedet. Die da bedeutet, Hufeisentheorie, dass rechte und linke Extremisten im Prinzip gleich schlimm seien. Und dazu sagt Armin Laschet jetzt Folgendes. Es gibt auf beiden Seiten des Spektrums extreme Positionen, aber das Hufeisen ist falsch, weil es Bedrohung für die Demokratie aktuell von rechts gibt. Wir haben auch RAF-Terrorismus mal gehabt in den 70er Jahren. Aber Linke vertreten vielleicht heute falsche Positionen, aber sie ziehen nicht mordend durchs Land. Sie sind keine Terroristen, die andere Menschen umbringen. Und das muss einfach im Land klar sein, wo ist die eigentliche Gefahr für unsere Demokratie. Ja, klare Worte. Klare Worte, dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Schön, dass das da jetzt in der CDU zumindest bei Laschet auch mal angekommen ist. Und er ist ja kein Außenseiter, also steht ja für einen großen Teil der CDU. Und ehrlich gesagt, aus meiner Sicht heute, ich meine, Prognosen immer schwierig, weil sie die Zukunft betreffen, aber aus meiner Sicht heute wohl der aussichtsreichste Kandidat, spätestens seit dem Move sich Jens Spahn an die Seite zu holen. Unser nächstes Thema, Ulf. Mal wieder ein Jurathema. Ja, genau. Denn das Bundesverfassungsgericht hat in dieser Woche die professionelle Sterbehilfe ausdrücklich erlaubt, Philipp. So sieht es aus. Da muss man ein bisschen kurz mal erklären, was es damit auf sich hat. Ich muss hier auch mal kurz zur richtigen Stelle scrollen. Also, es geht ja um den Paragrafen 217 des Strafgesetzbuchs. Und der ist nämlich jetzt vernichtig erklärt worden. Und dieser Paragraf, der 2015 eingeführt wurde, durch das Gesetz zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung, sah unter anderem folgende Vorschrift vor. Er verbot geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung. Also, da hieß es in Absatz 1, wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also, Selbsttötung fördern oder geschäftsmäßig mehr oder weniger dabei zu unterstützen. Das war eine Straftat. Und dieser Paragraf, der ist jetzt weg. Der ist gestrichen. Genau, und das mit einem ziemlichen Paukenschlag. Das Bundesverfassungsgericht hat ja verschiedene Optionen. Es kann ja Gesetze für mit dem Grundgesetz unvereinbar erklären. Dann gibt es normalerweise für den Gesetzgeber eine Frist, was zu ändern. Das hat das Bundesverfassungsgericht hier nicht getan, sondern es hat diese Norm schlicht und ergreifend aus dem Gesetzbuch gestrichen. Das ist ganz interessant. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die sowas tun, ergehen mit Gesetzeskraft. Das heißt, die werden auch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Nicht die ganze Entscheidung, aber der Entscheidungsthema. So eine Entscheidung besteht ja immer aus mehreren Schritten. Und manchmal ist es ja so, dass es dann wirklich auch ein neues Rechtsgut, würde ich es mal leihenhaft formulieren, gibt. Und in diesem Fall gibt es ein neues Freiheitsrecht, nämlich des selbstbestimmten Sterbens. Ja, ganz genau. Das Grundgesetz kennt seit langem das sogenannte allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das wird immer herausgelesen aus zwei Grundgesetzartikeln zusammen. Nämlich Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1, also der Menschenwürde-Garantie. Und dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht hat das Bundesverfassungsgericht jetzt entschieden, das umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie, also als Ausdruck der persönlichen Selbstbestimmung des Menschen, auch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Das heißt, das Recht auf selbstbestimmtes Sterben schließt auch die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen. Die Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben entsprechend seinem persönlichen Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren. Und diese Freiheit, sich das Leben zu nehmen, sagt das Gericht, umfasst auch die Freiheit, hierfür bei Dritten um Hilfe zu bitten. Macht ja ehrlich gesagt auch Sinn. Wenn man sagt, es gibt eine Freiheit, sich zu töten, dann muss das ja gerade in den Situationen auch wirksam werden, wo man sich vielleicht selber gar nicht mehr so richtig helfen kann. Aber auch das bisherige Gesetz sagt, also was heißt auch, dass dieses Gesetz, was bisher galt, greift in diese Freiheit ein, obwohl das Gesetz doch aber nicht verboten hat, sich zu töten. Richtig, da muss man zunächst mal so ein bisschen sich die Struktur dieser Entscheidung vor Augen führen. Das Bundesverfassungsgericht hat zunächst mal, wenn man so will, ein neues Freiheitsrecht geschaffen, dieses Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Und bei der Frage, ob das denn jetzt auch dazu führt, dass der Paragraf 217 des Strafgesetzbuchs verfassungswidrig ist, müssen dann noch weitere Schritte erfüllt sein. Das heißt, zunächst mal hat es ein neues Grundrecht oder eine neue Ausbildung eines Grundrechts erfunden. Und im zweiten Schritt ist dann zu fragen, ob dieser Strafgesetzbuchparagraf in dieses neue Freiheitsrecht eingreift. Und da hat Philipp gerade schon völlig zu Recht die Frage gestellt, wie kann denn das eigentlich sein? Denn dieses Gesetz verbietet ja nicht etwa, sich selbst zu töten, sondern es verbietet nur Dritten in bestimmten Konstellationen dabei zu helfen. Und das Gesetz greift aber doch in dieses Freiheitsrecht ein, sagt das Bundesverfassungsgericht. Und die Argumentation ist ehrlich gesagt ziemlich plausibel, finde ich. Denn es sagt, na, dieses Gesetz macht es ja nahezu unmöglich, Hilfe zum Suizid zu erlangen, weil es nämlich die professionelle Sterbebegleitung unter Strafe stellt. Und damit bleibt nämlich eigentlich nur noch die Sterbebegleitung durch Angehörige. Und das ist natürlich eine krasse Überforderung, weil das ja bedeutet, dass Angehörige dann einmal in ihrem Leben mit einem Mal vor der Herausforderung stehen, irgendwie für ihren Opa Gift zu besorgen. Also eine völlige Überforderung. Und professionell heißt nicht immer den Geld verdienen, Gewinn machen, sondern professionell heißt in dem Fall regelmäßig organisiert, dabei zu helfen, Menschen zu begleiten, sich umzubringen. Genau, also professionell ist jetzt eine Formulierung, die nicht im Gesetz stand. Im Gesetz stand ja geschäftsmäßig, aber da ging es weniger um die finanzielle Seite als einfach darum, dass man das regelmäßig immer wieder tut. Und das ist doch genau das, was man eigentlich will. Man will doch eigentlich, dass da jemand... Profis. Man will doch einen Profi, genau. Du bringst es auf den Punkt, Philipp, man will doch einen Profi. Man will doch nicht, dass da jetzt der Enkel irgendwie sich, keine Ahnung, überlegt, ob er in seiner Schule im Chemielabor an den Giftschrank geht, nur weil Opa aus dem Leben scheitert. Und weil dieser wichtige Aspekt dieser Freiheit, nämlich sich dabei helfen zu lassen von einem Profi, verboten wurde durch diesen Paragrafen, greift dieser Paragrafen dieses Freiheitsrecht ein und ist damit nichtig? Ganz so einfach ist es natürlich noch nicht. Also ein Eingriff bedeutet ja nicht, dass dieses Gesetz deswegen verfassungswidrig ist, sondern nahezu jedes Gesetz greift in irgendeiner Art und Weise Grundrechte ein. Ein solcher Eingriff kann aber auch gerechtfertigt sein. Und dazu gibt es, die Juristinnen und Juristen nennen das eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, die so in mehreren Schritten abläuft. Also zunächst mal muss man immer sich die Frage stellen, gibt es überhaupt einen Eingriff? Sonst ist man schon raus aus der verfassungsrechtlichen Prüfung. Dann ist das Gesetz unproblematisch. Aber wie gesagt, haben wir gerade begründet, obwohl das Gesetz sich direkt an Dritte richtet, greift es gleichwohl in die Freiheit der Menschen ein, die autonom aus dem Leben scheiden wollen. Und dieser Eingriff, sagt das Bundesverfassungsgericht, ist aber tatsächlich nicht gerechtfertigt. Erster Prüfungsschritt ist immer für die Rechtfertigung eines Eingriffs, ob der Gesetzgeber legitime Zwecke verfolgt hat. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht, das ist jetzt kein Problem. Der Gesetzgeber wollte nämlich dem Lebensschutz dienen mit diesem Verbotsgesetz und es wollte zugleich die Autonomie der Einzelnen schützen, weil er nämlich so die Sorge hatte, wenn es ein Recht gibt oder wenn es die Möglichkeit gibt, sich professionell begleiten zu lassen beim Suizid, dann könnte sowas wie ein Druck entstehen. Dann könnte quasi aus der Familie heraus so ein bisschen der Druck auf Opa entstehen. Ist nicht auch mal gut gewesen, jetzt etwas überspitzt formuliert. Und das wollte der Gesetzgeber nicht. Da sah man große Missbrauchsrisiken, wenn es professionelle Suizidhilfe gibt, dass dann einzelne Menschen auch genötigt werden, tatsächlich diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das finde ich ehrlich gesagt nicht abwegig. Ebenso das Bundesverfassungsgericht sagen, die Ziele Lebensschutz und Autonomieschutz sind im Prinzip legitim. Aber dann ist ja die Frage, okay, wenn dann sozusagen gut gemeint, aber auch gut gemacht, Fragezeichen. Ist es dazu denn auch geeignet? Genau, das ist so der Nächste. Man weiß zwar nicht, ob professionelle Sterbebegleitung wirklich Risiken birgt, aber wenn man etwas nicht weiß, dann darf der Gesetzgeber eine Gefahrenprognose anstellen, sofern er die verfügbaren Infos denn auch ausgewertet hat. Also wenn Sie sagen, wir wissen nicht, ob professionelle Sterbebegleitung, die wir ja mit diesem Gesetz verboten haben, riskant ist, wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Wir unterstellen, aber wir überlegen, gucken uns an, wie der Sachverhalt ist und sagen, ja, nach allem, was wir so sehen, geben wir die Prognose ab, ja, birgt Gefahren. Genau, und da sagt das Bundesverfassungsgericht, wie ich finde, in einem Akt auch von richterlicher Selbstbeschränkung und richterlicher Zurückhaltung, wenn der Gesetzgeber alle verfügbaren Erkenntnisse sinnvoll zur Kenntnis genommen hat und sich eine Meinung gebildet hat, dann kann er diese Gefahrenprognose relativ weit selbst anstellen. Das ist aus meiner Sicht völlig richtig, weil es letztlich auch ein Ausdruck des Demokratieprinzips ist, dass der demokratisch legitimierte Gesetzgeber solche Prognosen anstellen kann. Also das ist so ein ganz typischer Handlungsraum, wo das Bundesverfassungsgericht sagt, das soll der Gesetzgeber entscheiden, welche Mittel er für geeignet hält im Prinzip und wie er Risiken bewertet. Deswegen so eine Gefahrenprognose, wenn sie auf einer soliden Grundlage angestellt wird, die wird aus Karlsruhe typischerweise nicht kritisiert. Und Karlsruhe lässt zum Beispiel auch offen, das ist so der nächste Schritt der Verhältnismäßigkeitsprüfung, ob denn dieser geeignete Eingriff, ja, Verbot der Professorin Stärferhilfe zum Schutz von Leben und Autonomie auch erforderlich ist. Da sagt Karlsruhe einfach gar nichts dazu, denn sie kommen dann quasi mit so einer Art Abkürzung direkt zu dem Punkt der Angemessenheit. Das ist immer so der letzte Punkt der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und da sagen sie nein, also dieser Eingriff in die Freiheit der autonomen Selbsttötung ist nicht angemessen. Der Prüfstein ist hier immer so schön und dass das Maß der Belastung des Einzelnen in einem vernünftigen Verhältnis zu den Vorteilen stehen muss, die der Allgemeinheit erwachsen. Also die Allgemeinheit hat ein Interesse daran, dass kein Druck entsteht, sich zu töten und dass die Autonomie in diesem Bereich gewahrt bleibt. Aber dass die Belastung des einzelnen Menschen, der sich töten will, darf eben nicht übergroß werden. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht, im Einzelfall kann es tatsächlich die Schutzpflicht des Staates für Autonomie und Leben gebieten, rechtliche Regeln so auszugestalten, dass schon die Gefahr von Grundrechtsverletzungen eingedämmt wird. Also quasi so ein sehr vorsichtiges Strafrecht kann in bestimmten Situationen schon sinnvoll sein, aber der legitime Einsatz des Strafrechts zum Schutz der autonomen Entscheidung des Einzelnen über die Beendigung seines Lebens, so Karlsruhe, findet seine Grenze dort, wo die freie Entscheidung nicht mehr geschützt wird, sondern im Gegenteil unmöglich gemacht wird. Und die Idee dahinter ist, wenn man die professionelle Sterbebegleitung völlig verbietet, so wie das das Gesetz hier ja im Grunde vorgenommen hat, dann können sich Menschen ja nicht mehr dafür entscheiden oder kaum noch dafür entscheiden, assistiert aus dem Leben zu scheiden. Und damit wird im Ergebnis genau dieser autonome Entscheidung, ich möchte mir helfen lassen beim Suizid, nicht mehr respektiert. Und diese Freiheit, sagt Karlsruhe, steht aber nicht zur freien Disposition. Der Gesetzgeber darf also schon relativ frei entscheiden, welchen Schutz er für nötig hält, aber er darf nicht übers Ziel hinausschießen, es darf nicht so weit gehen, dass man sich im Prinzip gar nicht mehr helfen lassen kann beim Suizid, außer von Nicht-Profis, außer von Laien, die dann aber im Zweifel überfordert sind. Oder andersrum formuliert, im O-Ton aus Karlsruhe, die staatliche Schutzpflicht zugunsten der Selbstbestimmung und des Lebens kann erst dort gegenüber dem Freiheitsrecht des Einzelnen den Vorrang erhalten, wo dieser Einflüssen ausgeliefert ist, die Selbstbestimmung über das eigene Leben gefährden. Das heißt, der Staat muss ein bisschen genauer hingucken, stimmt denn das eigentlich, dass da die Autonomie wirklich gefährdet ist. Und das ist zugleich die Steinvorlage jetzt quasi in die Zukunft geschaut. Der Staat kann durchaus Regeln, nach welchen Spielregeln eine Hilfe beim Suizid möglich ist. Der Staat muss das wahrscheinlich sogar, um Lebensschutz und Autonomieschutz zu gewährleisten. Aber er kann das nicht tun, indem er Hilfe zum Suizid praktisch unmöglich macht. Letztlich hat es sich der Bundestag im Grunde viel zu einfach gemacht. Sie haben einfach gesagt, verbieten wir quasi komplett, dann geht es eben nicht mehr. Aber damit hat er das Kind quasi mit dem Bade ausgeschüttet und den Autonomieschutz des Einzelnen hintangestellt. Und da hat Karlsruhe jetzt, denke ich, einen sehr deutlichen Konterpunkt gesetzt. Ja, also jetzt kommt natürlich wieder die Kritik, die natürlich auch Argument war für die Einführung dieses Paragrafen. Also der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brüsch, sagt, jetzt kann die Beihilfe zum Suizid jederzeit von jedermann angeboten werden. Damit wird die Selbsttötung zur selbstverständlichen Therapieoption. Der Gesetzgeber hat kein Instrument, dem jetzt noch einen Riegel vorzuschieben. Das Urteil mag nach Selbstbestimmung klingen, geht aber an der Lebenswirklichkeit vorbei. Schließlich würden mehr als die Hälfte der Menschen lieber den Suizid wählen, als in ein Pflegeheim zu ziehen. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erhöht den Druck auf die einsamen, alten und schwachen Menschen. Das wird die Solidarität mit Hilfesuchenden in unserer Gesellschaft grundlegend verändern. Also da ist auch wieder das Argument drin, jetzt wird es Druck auf Sterbende oder Kranke geben. Das Ding wird jetzt nochmal zu beenden. Also das sagt übrigens auch hier ehemaliger Gesundheitsminister Hermann Gröhe sagt das auch. Normalisierung der Selbsttötung als Handelsoption. Familien machen Druck. Also da muss man ganz deutlich sagen, wenn Herr Brüsch jetzt behauptet, der Gesetzgeber habe nun kein Instrument mehr, diesem Druck einen Riegel vorzuschieben, dann ist es schlicht falsch. Wir haben ja die entsprechende Passage des Bundesverfassungsgerichts gerade zitiert. Im Gegenteil, also der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts macht ja gerade deutlich, dass es sogar von Verfassungswegen einen Regelungsauftrag gibt. Das Stichwort Regelungsauftrag habe ich jetzt nicht gefunden in der Entscheidung, aber er macht sehr deutlich, dass der Staat hier den Lebensschutz auch nicht quasi völlig sein lassen kann. Es wäre wohl auch ein verfassungsrechtliches Problem, wenn die Hilfe zur Selbsttötung jetzt nicht geregelt würde. Ganz im Gegenteil, der Gesetzgeber muss nur quasi die verschiedenen Positionen sinnvoller abwägen. Er hat mit der Entscheidung von 2015 im Grunde gesagt, geht gar nicht. Das geht zu weit, denn damit wird die Autonomie geschützt, indem sie Autonomie abgeschafft wird, die Autonomie zur Selbsttötung, das geht zu weit. Aber er kann jetzt durchaus ein Gesetz erlassen, das quasi Spielregeln festlegt. Und mal ganz ehrlich, es gibt doch unmittelbar benachbart im Strafgesetzbuch schon ein Beispiel, wie so eine Regelung aussehen kann, nämlich Schwangerschaftsabwaltung. Würde ich auch sagen, also das ist mir auch eingefallen. Also ich habe mir jetzt aufgeschrieben, sowas wie Wartezeit, Beratung. Also du triffst den Entschluss, es muss aber eine bestimmte Zeit ins Land gehen, du musst nochmal drüber nachdenken können, du musst dich beraten, vielleicht muss es auch, das war auch so eine Sache, vielleicht eine staatliche Genehmigung geben, ist sehr weitreichend, dass irgendjemand seinen Stempel drunter macht. Oder zumindest eine Beurkundung. Eine Beurkundung, du hast dich beraten lassen, mit dem und dem gesprochen und du hast so und das ist ein weiser, gereifter Entschluss und es ist klar, es ist nicht vorschnell, es ist nicht unter Druck entstanden und und und. Die ganzen, das sind ja alles Argumente und Erwägungen, die man eben auch bei der Abtreibung von einem Schwangerschaftsabbruch mit ein hat fließen lassen, indem es eine Beratungspflicht gibt und 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 und. Du hast bestimmte Fristen drin und so. Kann man sich, also wir wollen das jetzt ja gar nicht vorgeben. Aber das ist alles denkbar. Regelungsoptionen ohne Ende, das heißt also die These nun sei quasi einer Suizidindustrie Tür und Tor geöffnet, die finde ich ehrlich gesagt viel zu weitgehend. Jetzt wird es im Grunde erst spannend. Jetzt ist der Gesetzgeber gefordert, sich Rahmenbedingungen zu überlegen. Wie man diese Gefahren für die Autonomie verhindern kann, wie man diesen Gefahren für die für die freie Entscheidung Selbsttötung, ja oder nein, wie man die aufnehmen kann, wie man die verhindern kann und zugleich aber sicherstellen kann, dass es tatsächlich einen durchsetzbaren realen Zugang zu Suizidhilfe gibt. Ich finde das ehrlich gesagt eine ziemlich weise Entscheidung aus Karlsruhe. Aber wenn man das jetzt mal bewertet, also zunächst mal finde ich es einen ganz großen Fortschritt weg von diesem konkreten Einzelfall, dass Karlsruhe jetzt schon so ein Zeichen setzt, dass es mit dem Laissez-faire im Strafrecht möglicherweise endlich ein Ende haben könnte. Bisher war das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung zum Strafrecht nämlich maximal inkonsequent. Es sagt zwar ständig, Strafrecht ist Ultima Ratio, Strafrecht muss so das letzte Mittel der staatlichen Sozialkontrolle sein. Gleichwohl hat es bislang immer beide Augen zugedrückt, wenn Strafnormen zu prüfen waren. Zuletzt hat es beim Inzestverbot, das war eine Entscheidung aus dem Jahr 2008, wenn ich mich nicht täusche, zur Strafbarkeit von Geschlechtsverkehr zwischen Geschwistern. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht noch sehr deutlich gesagt, lieber Gesetzgeber, du kannst machen, was du willst, ja, selbst wenn es noch so irrational ist, das ist jetzt meine etwas überspitze Formulierung, aber das war schon sehr deutlich erkennbar, wir wollen eigentlich dem Strafgesetzgeber nicht ins Handwerk pfuschen und da bin ich jetzt aus einer strafrechtsdogmatischen Sicht wirklich richtig erleichtert, dass Karlsruhe erstmals so ein deutliches Zeichen setzt, Strafrecht wirklich zu prüfen. Und ich meine, zweites, aus meiner Perspektive wirkt das jetzt auch, nachdem wir das so durchgesprochen haben, auch so ein bisschen nach Aktionismus, also das sieht so ein bisschen so aus, wir haben das Gefühl. Wie, die Entscheidung aus Karlsruhe? Nein, die Entscheidung nicht, sondern dieses Gesetz, was wir jetzt quasi gestrichen und vernichtig erklärt haben, nämlich wir sehen da ein Problem, für das es meiner Meinung nach noch nicht mal so richtig Hinweise gab, dass es das gab, aber wir haben es unterstellt, Menschen wird beim Suizid assistiert, ist ein Riesenproblem, Menschen, dass unter Druck gesetzt werden, können wir auch als Problem sehen, weiß nicht, ob es da wirklich Belege für gab, also holen wir den ganz großen Hammer raus und verbieten das einfach komplett Bums, so. Und das scheint mir doch jetzt zumindest ein guter Anlass zu sein, das mit mehr Augenmaß zu regeln und diese verschiedenen Grundrechte und Freiheiten und Autonomien, Recht auf Leben und Recht auf Autonomie und Selbstbestimmung und so und Recht auf selbstbestimmtes Sterben da besser in Einklang zu bringen. Ja, also das würde ich genauso sehen, Philipp, man muss natürlich fairerweise sehen, dass die Entscheidung schon auch nochmal so ein bisschen die Grundfrage aufwirft nach der Legitimität verfassungsgerichtlicher Entscheidungen, insbesondere wenn sie ein Parlamentsgesetz so unmittelbar kippen, denn das Problem bei diesem Gesetz ist ja, dass damals 2015 nicht nur ein Vorschlag auf dem Tisch lag, sondern es gab mehrere Vorschläge, wie man dieses, wie du sagst Philipp, vielleicht auch nur fiktive Problem, ja, des Drucks zum Suizid gesetzgeberisch irgendwie in den Griff bekommen könnte. Und gewonnen hat damals in einer umfangreichen Diskussion im Bundestag, wo übrigens auch der sogenannte Fraktionszwang aufgehoben war, gewonnen hat eben diese ultra restriktive Lösung, die das Bundesverfassungsgericht jetzt gekippt hat. Also man kann jetzt nicht sagen, der Bundestag hat in der Nacht- und Nebelaktion mal eben schnell was entschieden, sondern der Bundestag hat ziemlich breit diskutiert und sich dabei aber eben für eine, wie man wohl sagen muss, ziemlich aktionistische und ziemlich schlechte Lösung entschieden. Aber immerhin, der Bundestag hatte entschieden, da stellt sich schon die Frage, kann das denn sein, dass acht Richterinnen und Richter in Karlsruhe im juristischen Olymp mal eben kippen, was irgendwie hunderte von VolksvertreterInnen beschlossen haben. Ich würde denken, ist eigentlich ein Scheinproblem, denn das ist ja gerade der Witz an der Rechtsstaatlichkeit, dass bestimmte Dinge nicht verhandelbar sind. Du kannst eben auch mit Mehrheit keine Grundrechte mal eben völlig vom Tisch wischen. Natürlich können, haben wir eben gesagt, Gesetze Grundrechte einschränken, aber eben in den Grenzen der Verfassung, also ich würde eher das Problem nicht in der Legitimität des Bundesverfassungsgerichts sehen, sondern ich würde das Problem darin sehen, dass Grundrechte im Bundestag eben systematisch unter den Tisch fallen. Und es ist gerade besonders traurig, dass der Bundestag trotz einer intensiven Debatte sich gerade für die Radikallösung entschieden hat, die die Autonomie von Menschen, die eben selbstbestimmt sterben wollen, nicht so wirklich in den Blick genommen hat. Jetzt ist die letzte Frage noch, wird das ein Wirtschaftszweig? Also wird jetzt mit dem Suizid, mit der Selbsttötung von Kranken ein Geschäft gemacht? Wird das von Rendite getrieben? Gibt es da Incentives, Anreize, dass sich Leute töten, damit andere Gewinn machen? Ja, das ist ja so ein bisschen immer die Sorge gewesen. Da gibt es ja so aus der Schweiz so einen Suizidhilfeverein, ich glaube Exit heißt der oder so ähnlich. Der ging jahrelang immer groß durch die Medien und der wurde immer so in die Nähe der Geschäftemacherei gerückt, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, vermag ich nicht einzuschätzen. Die Sorge hat jedenfalls im Hintergrund damals 2015 in der Diskussion im Bundestag eine große Rolle gespielt, der Geschäft mit dem Tod und so. Also ich würde sagen, Antwort siehe oben, der Gesetzgeber muss das jetzt eben regulieren. Da muss man sich jetzt eben Gedanken machen, wie eine gesetzliche Regelung aussieht, die Missbrauch verhindert, die aber zugleich eine reale Option wirklich einräumend, selbstbestimmt aus dem Leben zu scheiden. Wir haben ein kurzes, wie sagt man, Follow-up Hinweis, Richtigstellung, gute Meldung. Es gibt Berichte, wonach Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, diese von uns auch viel kritisierte 1000 Meter Abstandsregelung beim Wind kippen will. Der Bundeswirtschaftsminister schreibt, der Spiegel will den Abstand neuer Windräder zu Wohnsiedlungen nun offenbar doch nicht pauschal für ganz Deutschland festlegen. Das Problem war, wenn das denn so kommen würde, dann würde die Fläche, auf der Windräder überhaupt noch errichtet werden dürfen, radikal verkleinert und diese ganzen Ausbauziele wahrscheinlich gefährdet. Das geht, schreibt der Spiegel, aus einer Formulierungsvorlage, aus einem Formulierungsvorschlag zur Änderung von Paragraf 249 Absatz 3 des Baugesetzbuchs hervor, das Altmaiersministerium erarbeitet hat und dem Spiegel vorliegt. Die Bundesländer sollen den nach selber entscheiden können, wie viel Abstand sollen die Windräder von Siedlungen haben. Insofern ist es, würde ich sagen, eine halb gute Nachricht, weil die dann immer noch die Möglichkeit haben zu sagen, ja, Kilometerabstand ist gut, Ausbau damit de facto beendet. Aber es ist zumindest, finde ich, ein Anzeichen dafür, dass diese Kritik im Ministerium angekommen ist und man darüber nachdenkt. Trotzdem bleiben diese ganzen anderen Probleme, Deckel, Ausbaubeschränkung etc. Aber der Vollständigkeit halber, auch weil wir das so oft und so ausführlich kritisiert haben, wollten wir das hier mal erwähnen, dass diese Kritik offensichtlich jetzt nicht von uns, aber insgesamt war ja nicht nur von uns im Ministerium gehört wird und man hat sich dran gesetzt, was immer dann aus diesem Formulierungsvorschlag am Ende auch wird. Ja, ich sehe das etwas kritischer. Ich finde es auch gut, dass die Bundeseinheitlich sehr restriktive Default-Regelung jetzt unter den Tisch fällt, aber ich sehe da immer noch ein Rieseneinfallstor für Populismus auf Landesebene, dass da irgendwie die Bürgerinitiativen Stress machen und dann die Landesregierung einknicken und da irgendwelche restriktiven Normen schaffen. Also das sehe ich als Riesenproblem. Ich hätte es wichtig gefunden, dass der Bund da einfach komplett sagt, Abstand vergessen wir mal oder jedenfalls irgendwie was Sinnvolles, 200 Meter oder sowas. Gut, aber Philipp, du hast noch einen ganz spannenden Hinweis. Ja genau, einen kleinen Hinweis, ich habe ein Medienradio wieder aufgenommen mit Heinrich Strößenreuther, der kam ja auch schon mal am Rande vor, der hat ein ganz interessantes Projekt angeschoben, wie ich finde, das nennt sich German Zero, im Kern ist es ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, Deutschland klimaneutral zu machen und zwar schon bis 2035, also sinngemäß, das wird zwar noch CO2 ausgestoßen, aber das was ausgestoßen wird, wird anderswo wieder eingesammelt und diese Initiative besteht im Kern aus drei Schritten. A, wollen Sie einen Klimaplan erstellen, wie das Ziel erreicht werden soll, der steht, der wurde im letzten Dezember vorgestellt, da war das auch hier in der Lage. Als zweiten Schritt soll eben dieser Klimaplan in ein Gesetz gegossen werden, das dann eben auch verabschiedet werden kann. Das soll in diesem Jahr passieren, soll das geschrieben werden, so bis Anfang nächsten Jahres soll es fertig sein und im dritten Schritt soll es eine sogenannte Graswurzelkampagne geben, um eben in ganz Deutschland für dieses Ziel, für dieses Gesetz zu lobbyieren und das, sagt Herr Strößenreuther, soll so gehen. Wir müssen bundesweit 10.000 von Erwachsenen mobilisieren und die auf diesen Klimaplan, auf dieses Klimagesetz fit machen, die am Schluss mit ihrer Politik mir einen Abgeordneten direkt ins Gespräch gehen. Und da gibt es eine ganz, ganz einfache Frage. Die hast du überspitzt, dass eine Mutter oder ein Vater ihren Bundestagsabgeordneten fragt, schauen Sie mir in die Augen und sagen Sie mir, dass Sie mein Kind in eine 4-Grad-Zukunft schicken wollen. Oder lassen Sie uns miteinander für eine 1,5-Grad-Zukunft kämpfen? Das ist die Gretchen-Frage, um die es geht. So und der entscheidende Punkt, warum wir das jetzt ja auch noch mal in der Lage sagen, die suchen Juristen und Juristinnen. Da gibt es ja doch ein oder zwei, die hier zuhören, weil eben dieses Gesetz geschrieben werden muss, brauchen sie halt Fachleute, haben es schon ein paar, suchen noch welche. Interessenten und Interessentinnen können sich gerne melden bei German Zero. Da kann man sich irgendwo auf der Webseite zum Mitmachen einschreiben. Man darf nur nicht gleich erwarten, dass da eine Antwort kommt. Also da ist natürlich viel Andrang und viel los und die müssen viel koordinieren. Ich glaube, die sammeln jetzt erstmal und melden sich gegebenenfalls. Aber wer dazu Lust hat, bei so einem Projekt mitzumachen und mitzuschreiben, ist da, glaube ich, im Prinzip sehr willkommen. Ja, ganz wichtiger Hinweis, das ist natürlich nicht bezahlt. Das ist jetzt keine Stellenanzeige gewesen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Nein, von uns aus nicht bezahlt. Das ist jetzt keine Werbung gewesen. Nein, das ist keine Werbung. Das war einfach ein redaktioneller Hinweis. Genau, nein, nein, das ist ein redaktioneller Hinweis. Ob die da bezahlen werden, das weiß ich nicht. Die haben so ein Jahresbudget von sechs Millionen Euro. Das ist ein Job. Natürlich wird der Mensch bezahlt. Mir war nur wichtig, dass hier nicht der Eindruck entsteht, wir machen hier Werbung und vergessen den Jingle. Das ist ein journalistisch interessantes Projekt, deswegen habe ich mich mit dem auch zusammengesetzt und Punkt. Ja, letzter größerer Block hier bei uns im PET. Ein Hinweis, ein Follow-up zu dem Interview, das wir mit Herrn Melzer geführt haben, dem Folterbeauftragten der Vereinten Nationen oder natürlich dem Beauftragter gegen Folter, der sich ja mal den Fall Julian Assange angeguckt hat und da doch bemerkenswerte Probleme gesehen hat aus menschenrechtlicher Perspektive. Dazu ist jetzt ein Text erschienen in der Neuen Zürcher Zeitung von Tatjana Hörnle, eine relativ profilierte deutsche Strafrechtsprofessorin, Philipp, und die hat einfach so ein paar, wie soll ich sagen, Fragezeichen in den Raum gestellt. Genau, also wir wollen das jetzt hier aus Zeitgründen nicht alles im Einzelnen durchgehen. Kann man selber lesen. Kann man wirklich selber lesen. Ich finde es aber sehr lesenswert, weil sie ja durchaus eine sehr exponierte Strafrechtlerin ist. Ja, inzwischen eine der Direktorinnen des Max-Planck-Instituts in Freiburg, was so ein bisschen der Olymp der Strafrechtswissenschaft ist. Also das ist wirklich eine Frau, die macht das nicht zum ersten Mal und die hat sich diese Argumentation von Melzer vor die Brust genommen. Auf welchen Fakten basiert das eigentlich? Wie begründet er das eigentlich? Wie wasserdicht ist seine Argumentation? Auf welche Indizien, Dokumente stützt er sich? Und das hat sie eigentlich so Punkt für Punkt durchgenommen. Und ich finde es insofern lesenswert, als dass es in meinen Augen, das was ich zumindest gelesen habe, so die profilierteste Gegenrede aus juristischer Sicht, gegen diese ja doch erheblichen Vorwürfe sind, die er ja auch hier bei uns im Podcast geäußert hat. Also sie wirft ihm zum Beispiel vor, für diese Verschwörungsbehauptung, dass sich diese vier Staaten gegen Assange zusammengetan haben, dass er das nicht belegt. Das streitet Melzer übrigens auch nicht ab, dass er das nicht belegt. Aber sie zweifelt hat auch viele seiner Belege und, 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 und. Nee, Belege, glaube ich, zweifelt sie nicht an, sondern Wertung. Wertung und Einordnung dieser Belege, so zweifelt sie an, weil sie sagt, dafür gibt es immer auch andere Erklärungen oder häufig gibt es dafür auch andere Erklärungen. Also das ist durchaus lesenswert, verlinken wir natürlich wie alles, was wir hier besprechen in den Shownotes. Ja, genau. Also ich habe mit dem Text so ein bisschen Probleme. Ich habe auch mit einem befreundeten Strafrechtswissenschaftler noch darüber gesprochen. Wir hatten beide eine Menge Fragen zu dem Text. Also zum nächsten Mal haben wir uns gefragt, warum sucht sich Tatjana Hörne dieses Thema aus? Kann man sich wirklich fragen? Es gibt ja nun wahrlich genug, worüber man schreiben kann. Wieso grätscht sie da Melzer in die Parade? Denn der Fall stinkt ja schon irgendwie zum Himmel. Aber genau das ist die Frage. Also sie bietet tatsächlich für viele Punkte von Melzer eine andere, möglicherweise weniger problematische Erklärung an. Was aber nichts daran ändert, dass in dem Fall einfach schon ganz schön viele Dinge komisch gelaufen sind. Melzer sagt ja selber nicht Verschwörungstheorie, ganz bewusst nicht, sondern er sagt einfach nur, es ist echt wahnsinnig viel schief gelaufen, sieht nicht gut aus. Und der zweite Punkt, der mich wirklich irritiert hat an dem Hörne-Beitrag, ist, dass sie so diese berühmte Strohmann-Technik aufmacht. Oder nutzt. Sie baut also oder legt Melzer jedenfalls implizit Dinge in den Mund, die er so eigentlich gar nicht gesagt hat. Oder arbeitet sich an Kritiken von Melzer ab, die er gar nicht gemacht hat. Oder jedenfalls nicht in seinen eigentlichen Analysen gemacht hat. Also sie verweist dann noch auf so ein Gespräch, das er mit Einspruch von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geführt hat, wo er anscheinend so ein paar Sachen so ein bisschen pointierter gesagt hat. Aber zum Beispiel die Thesen, die er bei uns vertreten hat hier im Podcast, die werden von Frau Hörnle wiederum gar nicht diskutiert. Also das ist, ich finde den Text ein bisschen problematisch. Ja, aber auch so diese, also sie redet ja auch über diese Geschehnisse und seine Lesart der Ermittlungen in Schweden. Ja, Befragung dieser beiden Frauen. Und da hat er ja auch bei uns drüber gesprochen, dass er den Eindruck hat oder dass er glaubt, dass da Protokolle geändert wurden. Und das zweifelt sie eben auch an. Also da geht es wirklich schon um sehr detaillierte Kritik. Also wie gesagt, weil das jetzt schon ein bisschen fortgeschritten ist, sollten wir, finde ich, das jetzt nicht so im Detail erörtern. Es lohnt sich auf jeden Fall, das zu lesen, wenn euch dieses Interview, was wir damals geführt haben, interessiert hat. Und das waren ja doch einige. Aber nichtsdestotrotz, völlig davon unabhängig, läuft oder lief diese Woche das Verfahren im Gericht in Großbritannien mit der Frage, soll Julian Assange aus Großbritannien an die USA ausgeliefert werden, um dort vor Gericht gestellt zu werden. Ihm drohen ja, ich glaube, 17, 18 Anklagepunkte. Weiß man alles nicht. 175 Euro Strafe, hätte ich das gesagt. Einiges. Jahresstrafe, genau. Also das muss man sehen, in den USA würde Julian Assange mit einiger Sicherheit für ewig hinter Gittern verrotten. Und nun gab es eben diese Verhandlung in London über diesen Auslieferungsantrag der Vereinigten Staaten. Interessanterweise gab es da extrem wenig Plätze. Einen davon hat allerdings Christian Mier ergattert. Er ist Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, einem Verein in Deutschland. Gibt aber auch weltweit andere Ortsgruppen von Reporter ohne Grenzen. Also einem Verein, der sich für die Pressefreiheit einsetzt. Und unsere erste Frage an Christian Mier war, wie denn so sein Eindruck von dieser Verhandlung in dem Saal war. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selber viele absurdeste, willkürliche Prozesse in autoritären Ländern von Russland, Aserbaidschan und Türkei beobachtet. Und mit Vergleichen muss man, glaube ich, immer aufpassen. Aber ich war, wenn ich ehrlich bin, nachhaltig schockiert von diesem Verfahren, wie ich es erlebt habe. Das würde ich so weit gehen. Das ist unmenschlich. Dreen Assange wird da vorgeführt, als ob er ein schwerkrimineller mehrfacher Kindmörder ist. Er sitzt in einem Glaskasten hinten im Gerichtssaal. Er hat auch Probleme, mit seinen Anwälten während der Verhandlung zu sprechen. Das geht nur über Zettel, wenn er sich bemerkbar macht. Aber man muss sich das vorstellen, dass vor dem Gericht auch Proteste sind. Und deswegen ist auch relativ lautes. Er hat tatsächlich echte Probleme, auch der Verhandlung zu führen. Gleichzeitig muss ich auch sagen, sind wir als Beobachter, als Prozessbeobachter Internationale nicht unbedingt sehr willkommen, wenn man sieht, in was für einem Gerichtssaal das stattgefunden hat. Der Gerichtssaal ist auf dem Gelände des Hochsicherheitsgefängnisses Bellmarsh in London, wo eigentlich auch nur schwerste Verbrecher einsitzen. Dieser Gerichtssaal ist ein ganz kleiner Gerichtssaal, in dem es nur Platz für 18 internationale Prozessbeobachter und wenige Journalistinnen und Journalisten gibt und sechs Familienangehörige. Und um diese Beobachterplätze muss man sich wirklich sehr balgen und man muss morgens um sechs anstehen, um überhaupt eine der Plätze zu kriegen. Und da muss man noch mal daran erinnern, Assange hat vorgeworfen, dass er letztlich Kriegsverbrechen öffentlich gemacht hat. Er hat Dokumente, Afghanistan-Krieg, Irak-Krieg, Kriegsverbrechen Amerikaner und anderer Staaten öffentlich gemacht. Er mag eine umstrittene Person sein, das mag alles sein, aber das steht im Zentrum der Vorwürfe. Keiner dieser Tatsachen hat sich als falsch herausgestellt. Meiner Meinung nach sind auch keine Leute zu Schaden gekommen. Soweit man weiß. Soweit man weiß jedenfalls. Und das ist der Grund, warum dieser Prozess gegen ihn geführt war. Und da war natürlich die Frage, wie ernsthaft sind denn diese Verhandlungen? Geht es wirklich um die Sorge von Assange, dass ihm in den USA unmenschliche Verfahren und Strafen drohen? Oder ist das Ganze ein Schauprozess? Ich habe schon den Eindruck, dass die Richterin sich die Argumente anhört. Aber allein die Tatsache, dass ja dieses Auslieferungsverfahren von Großbritannien zugelassen wurde, war ja eine politische Entscheidung. Und auf dieser Ebene findet auch der Austausch von Rechtsargumenten statt. Die USA argumentieren im Kern, er ist ein krimineller. Artikel 10 der europäischen Menschenrechtserklärung greift nicht. Und das ist die Analogie nämlich zu Artikel 1 der US-Verfassung. Weil die USA ja sagen, das, was Julian Assange gemacht hat, hat nichts mit Artikel 1 zu tun. Mit der Pressefreiheit und der Meinungsfreiheit. Die Verteidiger, die Anwälte von Julian Assange wiederum, argumentieren ganz stark politisch. Das wundert manche Beobachter. Aber das ist wichtig, sich dafür einmal mit dem Auslieferungsgesetz in Großbritannien zu befassen. Denn das Auslieferungsgesetz in Großbritannien ist an einigen Stellen eigentlich weniger restriktiv als zum Beispiel ein deutsches Auslieferungsgesetz und würde eine Auslieferung viel leichter machen. Es gibt aber eine ganz wichtige Ausnahme. Nämlich eine Auslieferung aufgrund eines politischen Vergehens wäre nicht erlaubt. Und deswegen argumentieren die Verteidiger von Julian Assange in ihrer Verteidigungsstrategie ganz stark politisch und sagen, das war natürlich das, was Julian Assange veröffentlicht hat, ein Beitrag für die Öffentlichkeit. Natürlich ist das deswegen auch von Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtserklärung gedeckt. Und das war ganz normale journalistische Arbeit. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wie ist denn da jetzt die Perspektive? Also wie lange wird denn das jetzt alles dauern, bis da entschieden ist, ob Assange ausgeliefert wird oder nicht? Gibt es da schon irgendwelche Schätzungen? In der Zeitrahmen, man hat ja so den Eindruck, da wird jetzt verhandelt und dann wird das morgen entschieden. So könnte sein. Aber Christian Mier sagt, das ist ein bisschen anders. Also die Anhörung geht jetzt erst mal weiter, voraussichtlich am 18. Mai und dann drei Wochen lang. Und dann, egal wie die Entscheidung fällt, wird es vermutlich Berufungen geben, sowohl von den USA als auch von der Gegenseite. Und das kann sich über Jahre hinziehen, weil es in dem britischen Recht diverse Berufungsinstanzen auch gibt. Und im schlimmsten Fall kann das ganze Verfahren sich bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen. Und da können wir nur hoffen, dass Großbritannien weiter im Europarat bleibt. Denn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist das Gericht aller Mitgliederstaaten des Europarats. Und in Großbritannien gibt es auch in der Folge des Brexit-Diskussionen darüber, ob Großbritannien aus dem Europarat austreten will. Und das wäre natürlich für Rechtsstaatlichkeit schwierig. Aber dieses Verfahren wird uns realistischerweise noch einige Jahre beschäftigen. Ich hoffe vor allen Dingen, dass Julian Assange bald erst mal aus dem Gefängnis freikommt. Denn ein wesentlicher Teil ist ja die juristische Verfolgung. Aber die Bedingungen, wie er dort im Gefängnis behandelt wird, da geht es ja darum, ihn tatsächlich klein zu machen, auch während des Verfahrens. Denn in der Nacht vom Montag auf Dienstag musste er fünfmal die Gefängniszelle wechseln. Ihm wurden elfmal Handschellen angelegt. Er wurde zweimal komplett durchsucht, musste sich komplett seiner Kleider entledigen. Ihm wurden Verfahrensunterlagen, die ihm nach britischem Recht zustehen, in seiner Zelle während eines solchen Verfahrens abgenommen. Das heißt, es wird versucht, ihn mürbe zu machen. Ja, und... Das klingt wirklich nicht gut, ja. Das klingt nicht gut. Und Christian Mier hat ja schon deutlich gemacht, dass Reporter ohne Grenzen zum einen dieses Verfahren beobachtet und zum anderen auch große rechtsstaatliche Bedenken hat, eben gerade aus der Perspektive der Pressefreiheit. Deswegen haben sie eine Petition gestartet. Die These ist, wir, also Reporter ohne Grenzen, fordern Großbritannien auf, Wikileaks-Gründer Julian Assange nicht an die USA auszuliefern. Dort drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft. Allein dafür, dass er international Medieninformationen zur Verfügung gestellt hat, die von großem öffentlichen Interesse waren. Wir fordern ja nicht auf, dazu irgendwelche Petitionen zu unterschreiben. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, schaut es euch mal an, wir haben es verlinkt. Also, und das muss man sagen, das mag jetzt nicht der größte Sympathieträger der Welt sein, aber das spielt ja zum Glück und darf zumindest zum Glück keine Rolle spielen. Sondern gemessen an dem, was er gemacht hat. Er hat mit Spiegel, New York Times, mit den Guardian, das ist ja, also die Sachen, um die es geht, die Sachen, die da in Frage stehen, das waren sehr wichtige, fundamentale journalistische Projekte. Und, ja, also ganz egal, letztlich, ob Wikileaks selbst journalistisches Projekt ist, jedenfalls die Kooperation warnt und ihn dafür vor Gericht zu stellen, das, finde ich, wirft ein ganz bedenkliches Licht auch auf die Rechtsstaatlichkeit in den USA. Und da wäre auch meine persönliche Position, dass Großbritannien einem solchen rechtsstaatswidrigen Handeln nicht die Hand reichen sollte. Aber nun gibt es natürlich, das war eine Entente cordial seit ewigen Zeiten zwischen USA und Großbritannien. Ich denke, damit soll es gut gewesen sein für diese Woche. Das war wieder eine Mammut-Folge. Ganz herzlichen Dank für eure Geduld, für euer Interesse. Hoffentlich hattet ihr auch viel Freude an dieser Folge der Lage der Nationen. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende und bis bald. Bis bald. Tschüss.